Musik Dann wird Deutschland erkennen, dass man sehr gut mit Computern und mit Robotern leben kann, statt dass die Roboter und die Computer die Menschen ersetzen. Ich habe die Hoffnung, dass die Arbeitswelt der Zukunft sich insofern verändert, dass plötzlich wieder die Menschen im Mittelpunkt stehen und werteorientiert, wertschätzend gemeinsam gearbeitet werden kann und dass wir da nicht mehr zu Maschinen degradiert werden, wie es eigentlich früher mal war, nämlich alle mussten am Fließband das Gleiche tun. Also ob die Welt besser wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn wir eine positive Einstellung haben, kommen wir besser mit ihr zurecht. Wenn es schlecht läuft, dann wird zunächst mal Arbeitslosigkeit entstehen, insbesondere bei einfachen Arbeiten, weil Roboter und Maschinen hergenommen werden, um die Menschen zu ersetzen. Und dann wird Furcht entstehen, ein gewisser Zorn auch in der Bevölkerung und dann gibt es so eine Abwärtsspirale und dann gibt es so eine Abwehrreaktion gegen das Digitale, gegen das Internet, gegen das Neue, statt das zu umarmen. Ja, wir merken es jeden Tag, also es wird alles schneller, die Digitalisierung treibt uns an, es gibt viele technische Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die mit diesen Möglichkeiten nicht gut zurecht kommen und jetzt muss ich mir als Mensch überlegen, wie viel Digitalisierung kann ich in meinem Leben aushalten, was stresst mich vielleicht, wo muss ich vielleicht sagen, jetzt ist mal Schluss, jetzt möchte ich meine Ruhe haben oder ich möchte wieder offline leben. Ich glaube, dass es auch früher schon häufig Berufe gab, die es nicht mehr gibt, wie zum Beispiel den Kutscher oder den Gaslaternenanzünder. Ich glaube, auch die wurden nicht komplett arbeits- und mittellos, sondern die wurden auch teilweise entweder von einer Gesellschaft, wie wir eine sind, mitgenommen und das finde ich auch richtig und wichtig. Also ich glaube, da muss man auch darauf achten als Gesellschaft. Ich glaube, dieser stetige Wandel, der ist nicht aufzuhalten und ich glaube, wir werden Antworten finden auf diese Fragen, selbst wenn das nicht alles so rosig ist, wie manche Optimisten, wie ich auch einer bin, das sehen, aber ich bin auf jeden Fall kein Pessimist und glaube, es gibt jetzt schon so viele neue Jobs und es gab auch vor zehn Jahren ganz viele neue Jobs, es wird auch in zehn Jahren und in 20 Jahren weitere neue Jobs geben, von denen wir uns jetzt noch gar keine Vorstellung machen. Wir brauchen kluge Manager, die verstehen, dass das auf Dauer die bessere Art der Investition ist, wenn sie ihre Menschen behalten und als produktive Arbeitskräfte weiter im Unternehmen haben, dass der Computer alleine relativ dumm ist und bleibt, sondern die menschliche Intuition braucht, dann ist die Wertschöpfung auf Dauer natürlich die bessere. Bei mir ist der Durchbruch immer, wenn die Menschen, mit denen nichts zu tun haben, feststellen, dass sie etwas können, dass sie mit der neuen Zeit zurechtkommen, dass sie keine Opfer sind, sondern dass sie Treiber sein können, dass sie gestalten können und dann sind immer alle ganz begeistert. Und ich glaube, da gibt es gerade so eine Art Clash von zwei Kulturen, nämlich einmal die Kultur, die gerne dabei bleiben würden, wie es früher war, nämlich Law and Order und der Chef ist der Patriarch, der weiß, wo die Reise hingeht und bitte keiner soll dagegen was sagen. Und da gibt es diese neue Art, wo Menschen eben sagen, warte mal, wir haben viele Kompetenzen, wir können uns hier voranbringen. Also das sind aber die Motivierten und die Lust auf die Firma, den Job haben und ich glaube, allein durch die Reibung von diesen beiden Polen, da passiert halt viel und ich glaube, mir macht das Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommt. Schönen guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema, was im Moment so heiß diskutiert, von vielen auch gefürchtet wird, von manchen auch sozusagen als eine wahre Heilserscheinung gesehen wird, einmal untereinander und dann vor allem auch mit Ihnen diskutieren können. Und ich würde gerne anfangen, indem ich die beiden so ein bisschen abhole bei dem, was sie tun. Christiane Brandes Wiesbeck ist ja nicht nur eine Beraterin und Autorin, sondern sie war früher auch Journalistin, hat dann später bei einer Bank gearbeitet, das heißt, die kennt Arbeitsleben aus ganz verschiedenen Richtungen und in ganz verschiedenen Facetten und auch noch in mehreren Kontinenten. Und die erste Frage, die ich habe mit dem Blick auf die neue Arbeit, wir reden immer so, als würde da an einem Tag x eine neue Arbeit entstehen, das ist natürlich nicht so, sondern die kommt langsam auf uns zu. Aber was ist die größte, das größte Bedenken oder die größte Hürde, die Sie bemerken, die Sie wegräumen müssen, wenn Sie die Leute daran führen? Die größte Hürde ist aus meiner Sicht eigentlich die Angst vor dem Ungewissen, vor dieser VUCA-Welt, wie wir so schön sagen. Das ist diese volatile, ambige, komplexe und unberechenbare Welt, in der wir jetzt leben, wo man gar nicht mehr weiß, was morgen ist und wo man auch nicht mehr wie früher als Manager so gut aus den Zahlen von gestern das Morgen hochrechnen konnte. Das war ja immer schön, Sterbetafeln, mal gucken, wie alt wurden die Leute früher und danach wurde dann der Tarif berechnet und heute lässt sich eigentlich wenig berechnen. Und jetzt müssen wir auf einmal alle lernen, in dieser unsicheren Welt Entscheidungen zu treffen, die möglichst nicht falsch sind. Und wenn sie es doch sind, müssen wir damit lernen zu leben, dass wir Fehler machen, ohne was dafür zu können, weil diese Zukunft eben nicht mehr so berechenbar ist. Und meine Arbeit ist eigentlich hauptsächlich Menschen, die Angst vor dieser Veränderung haben, diese Angst zu nehmen. Und das mache ich natürlich mit professionellen Methoden, aber auch sehr viel mit guter Laune und auch mit meinem Beispiel, weil ich so einen Mosaik-Lebenslauf habe mit ganz vielen Umwegen, die früher ganz schlimm waren und wo man dann sagt, ach, du kriegst nie wieder einen Job. Und heute finden das alle toll. Heute werde ich dafür gefeiert, für diese vielen Wege und diese Kontinente und die unterschiedlichen Branchen und Berufe, die ich hatte. Und dann sagen die immer, ach, wenn die noch lebt und wenn die noch Geld verdient und wenn die noch lacht, dann kann das ja nicht so schlimm werden. Das ist schon mal die Hälfte meiner Arbeit. Und die andere Hälfte ist natürlich dann dieses Menschen auf die neue Zeit vorzubereiten, zu sagen, du kannst doch schon ganz viel, du bist doch schon super aufgestellt und ein bisschen Mut und wir sind ja alle da und helfen. Und das ist meine Arbeit. Ich mache natürlich mit allen möglichen professionellen Unterstützungsmitteln. Klar. Aber du bist auch in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme, denn bisher zumindest von der Form her arbeiten die meisten Deutschen immer noch in den guten alten Normalarbeitsverhältnissen, von denen es mehr gibt als je zuvor. Das stimmt. Nach zehn Jahren Jobwunder. Und die meisten blieben auch gerne da. Es war schon mal so, dass vor fast 20 Jahren mittlerweile die Zukunft der Arbeit auch schon mal ausgerufen wurde. Damals hieß es, dass jeder von uns künftig ein Anbieter seiner eigenen Arbeitskraft am Markt sein wird, dass die Flexibilität, die das Internet erlaubt, dafür sorgen wird und wir uns selber zum Markt betragen und als Unternehmer unserer selbst begreifen sollen. Wie gesagt, das Ergebnis war, es gibt mehr sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätze als je zuvor. Mit anderen Worten, damals waren die Prognosen falsch und man hat den Menschen Sorgen bereitet, die unnötig waren. Machen wir das heute wieder? Ja, das machen wir. Also ich glaube, das Geschäft mit der Angst funktioniert nach wie vor. Es werden ja auch New Work Konzepte verkauft mit der Angst. Es werden nach wie vor gerne Rezepte verkauft. Ich glaube auch so ein bisschen dieses Sales Momentum ist immer Angstszenario aufbauen und hier habe ich die Lösung. Und wir wissen natürlich alle, weil wir klug sind, auch gerade die Zeitleser natürlich, besonders klug sind, dass das alles nicht stimmt und dass es auch keine Heilsbringer gibt. Und wir sind da sehr skeptisch. Und eigentlich sind aus meiner Sicht die Leute besonders erfolgreich, die sagen, ja Leute, also es gab ja immer schon Veränderungen. Wir sind ja wieder Frosch im Wasser. Das Wasser wird ja nicht auf einmal warm, sondern wir gewöhnen uns an vieles. Und ansonsten sollen wir anfangen, unser eigenes Leben zu steuern. Dass die Digitalisierung die künstliche Intelligenz nicht uns steuert, sondern dass wir uns überlegen, bevor wir anfangen neue Software einzuführen oder Prozesse zu digitalisieren, brauchen wir das noch? Ist das noch wichtig? Ist es etwas, was wir leisten wollen oder ist das vielleicht überflüssig? Also Disruption in der Bürokratie, im Alltag. Ich fordere Leute dazu auf, weniger Reportings zu machen und Aktenordner vielleicht online zu führen und nicht mal alles doppelt abzuheften. Und das sind so kleine Dinge im Büro, die schon entlasten. Und wenn Leute das machen, dann fühlen sie sich entlastet und haben mehr Zeit und Energie für das Neue. Also es ist nicht so viel Hexenberg, aber man muss schon ein bisschen offen sein für Dinge, die man noch nicht so kennt. Lasse, deine Geschichte wurde kurz schon erwähnt. Du hast eine Agentur übernommen im Westfälischen und dann damit Furore gemacht, dass du vom 8 auf den 5-Stunden-Tag gewechselt bist. Erzähl mal ein bisschen, wie das war, bitte. Das war ganz schrecklich. Also ich hatte vor 13 Jahren meine erste Agentur gegründet, Digitalagentur, wie man es kennt. Also klassisch Webseiten verkauft, Dinge online entwickelt, Verkaufsprozesse abgebildet und so weiter. Ich bin irgendwann im Sommer 2017 ausgestiegen, weil wir vier Gesellschafter waren und nicht alle immer einer Meinung. Und irgendwann haben wir gemerkt, das wird jetzt langsam lästig. Ich bin dann der gewesen, der gegangen ist und habe dann im Garten gesessen und mir wurde diese Agentur angeboten am Markt. Und ich habe das so gesehen, als das wäre eine schöne Abkürzung, wenn ich dieses Agenturleben wieder haben wollen würde. Und ich habe dann da gesessen und gedacht, okay, was machst du jetzt? Wie willst du eigentlich wirklich arbeiten? Und ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, ich habe jede Menge soziales Netzwerk, habe viele Hobbys, viele Interessen und habe auf jeden Fall für mich klar gehabt, ich werde nicht nochmal so rein starten, dass ich wieder jeden Tag 12, 14, 15 Stunden arbeiten möchte. Ironischerweise sieht das jetzt meiner Realität ganz schön ähnlich, dass ich doch länger arbeite. Aber in dem Moment war das klar, ich möchte das anders machen. Wie könnte das denn, was könnte es denn da für Möglichkeiten geben? Und dann hatte ich so ein bisschen schon mir ein paar Gedanken gemacht, habe auch gelesen, hatte früher in meiner alten Agentur zwei Nachmittage schon freigenommen, weil ich einfach nicht mehr hinterhergekommen bin. Ich glaube, dass wir nicht mehr hinterherkommen ist auch, glaube ich, ein Stress, den viele vielleicht von den Zuhörern auch kennen. Es gibt einfach privat so viel Wandel, ständiges Online-Sein, ständige Erreichbarkeit, Konsummöglichkeiten rund um die Uhr und auch diese Erwartungshaltung vom gesellschaftlichen Umfeld, dass man immer erreichbar sein muss und auch auf jede E-Mail, jede WhatsApp-Nachricht oder auf alle Nachrichten sofort Antwort findet oder bekommt. Und das Gleiche halt auch beruflich und ich habe dann in meiner alten Agentur schon gesagt, ich mache zwei Nachmittage frei. Wenn dann mal ein Kunde angerufen hat, habe ich den natürlich bedient. Das ist ja ganz normal, weil ich habe auch den Job wie heute auch mit großer Leidenschaft gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein Dilemma. Viele Menschen im Job, in meinem Umfeld, lieben das, was sie tun. Die können jetzt vom Herzen her durchaus auch 18 Stunden arbeiten, weil die das ja so gerne machen. Das Problem ist, das wird nicht lange durchgehalten. Ich habe auf jeden Fall dann diese Agentur übernehmen können. Ich hatte dann zehn Kollegen und zwei Wochen Zeit, denen meine Vision der Arbeit vorzustellen, denen ihre Identität als Firma zu klauen. Ich habe die Agentur umbenannt. Ich war der neue Chef. Ich habe gesagt, ich habe hier eigentlich mal Lust, mal anders zu arbeiten. Nämlich, wir machen mal so ein Experiment, fünf Stunden statt acht. Ich habe nur die Erwartungshaltung, dass die Kunden nicht enttäuscht werden, dass wir die Arbeit schaffen und dass wir am Ende einfach nur alle ein bisschen mehr Zeit haben für persönliche Entwicklung, für Zeit und vielleicht einfach auf dem Sofa liegen und nichts tun. Die haben mich dann angeguckt mit großen Augen und waren sich nicht sicher, ob das ein Test ist. Meinte das jetzt ernst der neue Chef oder will der uns alle ins Boxhorn jagen? Die haben dann schnell gemerkt, ich meins ernst und haben sich dazu entschieden, dass wir das gemeinsam mal angehen wollen. Und dann hatten wir uns gesagt, okay, jetzt mal ganz pragmatisch und relativ unvorbereitet. Was braucht es dafür? Und dann haben wir erstmal diese ganz offensichtlichen Themen diskutiert zusammen. Nämlich, was klaut einem denn Zeit? Wenn man an der Kaffeemaschine steht, ist das natürlich zeitintensiv meistens, weil man ja auch gerne mit den Leuten spricht. Da gibt es aber ganz viele Bürozeitkiller. Ganz viele sind bekannt. Also wenn das Handy vibriert ständig, wenn der Partner, die Frau, die Kinder anrufen oder wenn das Auto in die Werkstatt muss, wenn man einen neuen Personalausweis braucht und diese ganzen privaten Themen, die einem im Kopf schwirren, wenn der Kunde anruft, wenn man das Fax abtippen muss. Es gibt ja die Studie von 2016, dass 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland noch häufig und sehr häufig einen Fax benutzen. Das heißt auch wirklich so schlechte Prozesse, wie du sie auch eben beschrieben hast. Und wir haben da einfach offen darüber diskutiert, was können wir so ganz pragmatisch erstmal tun. Und dann klargemacht, dass wir jede Woche Feedbackrunden haben müssen, wo wir einfach gucken, was hat denn jetzt nicht geklappt? Ich habe auch ganz klar kommuniziert, dass ich davon ausgehe, dass wir es nicht schaffen, dass wir total auf die Nase fliegen. In dem Moment war mir das relativ egal, weil ich da auch gar keine große Angst vor hatte, weil dann kann man es ja wieder ändern. Ist dann aber nicht passiert. Das war Ende Oktober 2017. Danach haben wir den November gemacht und ein bisschen gelernt, viel gelernt. Und dann hat plötzlich irgendwie diese Presse da von Wind bekommen. Und dann, jetzt sitze ich hier. Das ist absurd. Was ich mich frage, wenn ich da drauf schaue, dass das machbar ist, glaube ich sofort. Und ihr habt es ja auch bewiesen. Andererseits ist es so, wenn man sich Glücksstudien anschaut, dann ist die Arbeitszeit grundsätzlich ja kein Unglücksstifter, sondern im Gegenteil. Das liegt aber weniger an den Momenten, wo ich meine Arbeit wirklich verrichte, sondern mehr an dem sozialen Kontext der Arbeit. Ich gehe sozusagen zu Kollegen, die ich mag jedenfalls häufig und habe Umgang mit denen und so. Und deswegen gehe ich gerne. Das ist im Grunde der gleiche Grund, aus dem meine kleine Tochter gerne in die Schule geht. Das nehmt ihr aber ja weg. Was bleibt dann noch an dem Glücksgefühl Arbeit? Also erstmal, wir sind sehr, also mein Team ist sehr jung, alle so Mitte 20. Das sind Digitalexperten, also viele Informatiker, Anwendungsentwickler, die sind Nerds auf Neudeutsch. Die haben glaube ich ein anderes, andere Sozialkompetenzen, vielleicht. Also das sind alles sehr soziale und nette Menschen, aber denen ist das vielleicht nicht so wichtig, wie vielleicht einem Soziologen das wichtig wäre. Ich habe das Thema aber komplett unterschätzt tatsächlich. Das ist eine Sache, das haben wir alle gar nicht so bewusst vor Augen gehabt, dass das ganz wichtig für die Unternehmenskultur ist, auch diesen Austausch an der Kaffeemaschine zu haben. Wir hatten ganz am Anfang erstmal gesagt, wir machen ganz knallhart von 8 bis 1 hier eine leise Umgebung. Hier wird nicht groß diskutiert. Wir brauchen Regeln, wie wir uns austauschen, damit wir Prozesse nicht aufhalten. Und aus dem Team kam irgendwann mal die Idee, lass uns doch einfach mal hier zusammen Mittagessen kochen, jeden Freitag, weil das nett ist. Dann kocht einer für alle und dann haben wir danach Zeit, Open End auch freiwillig uns auszutauschen. Diese Freiwilligkeit ist immer noch da, auch bei allen Nachmittagsaktivitäten, davon haben wir mittlerweile so ein paar Sachen. Das wird aber einfach angenommen, weil das allen wichtig ist. Jeder möchte nämlich mit den netten Menschen, mit denen wir da zusammen arbeiten, auch Austausch finden. Und auch so ein Thema, wir haben ein paar Workshops immer mal wieder mit externer Supervision, um so einen Raum aufzumachen, um wirklich ehrliches Feedback zu bekommen. Und da wurden unter anderem erarbeitet, was müssen wir tun, damit der Fünf-Stunden-Tag auch wirklich funktioniert, auch zukünftig. Und da stand zum Beispiel drauf, wir brauchen mehr Team-Events, wo ich gedacht habe, ja, aber das hat doch nichts mit dem Fünf-Stunden-Tag zu tun, jetzt wirklich konkret. Aber das ist genau das, wenn ich mit den Menschen arbeite, mit denen ich gerne Zeit verbringe und gerne die Arbeit teile, dann geht die Arbeit auch leichter von der Hand. Was ich mich gerade frage, Christiane, lass das Beispiel beweist, es gibt heute eine Menge Freiheitsgrade. Man kann eine Menge Dinge hinstellen, von denen man gedacht hätte, das klappt nicht. Den Fünf-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich, genauso wie Unternehmen, die zeigen, dass sie ohne Hierarchie auskommen, oder auch die ersten wirklich ohne Chef und so, ohne Chefin. Da geht also ganz viel und das ist teilweise auch Internet gestützt, das heißt, es ist leichter geworden, solche Dinge hinzustellen. Man ist flexibel genug, um mit diesen anderen Anforderungen des modernen Lebens, die Lasse beschrieben hat, umzugehen und so. Was ich mich dabei frage, ist Folgendes, was davon führt wirklich in die Zukunft der Arbeit? Was sind Modelle, von denen du glaubst, dass die uns auch in einem größeren Zusammenhang in die Zukunft tragen können? Also für mich das wichtigste Konzept, jetzt speziell in Bezug auf Führung, weil das ist ja so mein großes Thema, ist, das nennt sich Ambidextrie, lateinisch weithändig. Da gibt es einmal die rechte Hand, das ist die Exploit-Hand, mit der man wie ein Manager ein Unternehmen rational führt, dass ich in kurzer Zeit einen hohen Output generiere und die Prozesse gut und zeitgemäß darstelle. Und dann gibt es diese Explorer-Hand und die ist eigentlich so rum. Und die Explorer-Hand sagt, gib mir das Neue, probier was aus und in der Zukunft werden wir lernen müssen, welche Hand wir wann nutzen wollen. Und zwar nicht nur als Führungskraft, sondern auch für uns selber. Ich bin eine große Anhängerin von Selbstführung. Ich glaube übrigens, dass die Deutschen ein bisschen faul geworden sind. Wir lassen uns leicht gehen. Ich glaube, wir müssen in der Zukunft ein bisschen mehr gucken, wer sind wir, wofür stehen wir und wir wissen auch alle, dass wir Vorbilder für andere Menschen sind. Und wenn ich dann weiß, wann ich ein Vorbild bin. Du meinst außerhalb von Deutschland oder Vorbilder? Vorbild, also ich merke, ich bin Vorbild für andere Menschen in dem, was ich tue. Wenn ich jetzt das Haus verlasse, benehme ich mich besser als noch vor zehn Jahren, wo ich dachte, auch Christiane kennt keinen Mensch. Aber heute gucken viele Leute, was ich mache durch Social Media und weil man weiß, wenn die was macht, das ist interessant. Das heißt, man muss sich dann schon anders führen, anders auch selber überlegen, wie möchte ich sein. Und wenn Menschen sich überlegen, wann ich eine Person sein will, die was fordern will, muss in der Arbeit, aber auch im Privaten. Und wann ich eine Person bin, die offen ist für andere, auch für Menschen, die anders denken, auch für Diverses, auch vielleicht vernünftigen Austausch. Ich glaube, das sind zwei Fähigkeiten, die für die Zukunft sehr, sehr weit führen. Und dann hat man gesunden Menschenverstand, wo man mit all diesen technologischen Entwicklungen vernünftig umgehen kann. Also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Lass uns einmal ansprechen, diese Rückführung von Wochenarbeitszeit ist ja auch immer eine Antwort gewesen darauf, dass es Arbeitsvolumen abnimmt, dass Maschinen uns Arbeit abnehmen. Klassiker bei VW und so, schon vor vielen, vielen Jahren, 35 Stunden Woche von der IG Metall. Ist das eine Antwort für die Zukunft, die über dein Unternehmen hinausgeht? Müssen wir uns mit geringerem Arbeitsvolumen abfinden und das besser untereinander verteilen? Also du sprichst von Arbeitsvolumen für Menschen, weil das Arbeitsvolumen bei VW ist ja stark gestiegen. Ich rede nur über die menschliche Arbeitskraft und nicht über die... Ich glaube, wir sollten erstmal... Ich würde gerne zu dem New Work Thema noch eine Sache sagen, aber zu dem Arbeitsvolumen und dem Menschen. Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, wie hat sich denn der Job, also einen Beruf und die Arbeit, wie hat sich die denn gewandelt? Also früher war das repetitive Arbeit bei VW. Da musste nämlich diese Schraube auf dieses Stück Blech. Heute ist das okay. Hier gibt es in der Prozesskette, im Supply Chain gibt es Probleme. Wie löse ich das? Das heißt, die kognitive Herausforderung, die jeder Mitarbeiter hat, ist, glaube ich, um ein Vielfaches höher als vor 30, 40, 50 Jahren. Das heißt, die Energie, die ich dafür bezahlen muss, die Lösung zu finden, die ist viel höher. Das heißt, der Beruf als solcher, die Arbeit als solcher hat sich extrem gewandelt. Und ich glaube, ich glaube nicht mal, dass der Fünf-Stunden-Tag jetzt eine Antwort ist auf die Frage, das Arbeitsvolumen abnimmt, sondern eher, dass acht Stunden auch nicht mehr Output liefern können, weil der Geist und der Mensch das nicht schafft. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht denn das optimale Arbeitsumfeld aus, wo meine Kollegen den optimalen Job machen können? Eine Antwort ist für mich der Fünf-Stunden-Tag, weil die dadurch Zeit haben. Also ich weiß, der Acht-Stunden-Tag funktioniert nicht. Da braucht man Pausen, das ist auch völlig normal, das finde ich auch nicht schlimm. Da braucht man diese Mikropausen wie, ich trinke mal eine halbe Stunde Kaffee, weil ich hier nicht weiterkomme, weil ich brauche jetzt eine Pause. Das ist aber nicht die Pause, die wirklich dazu führt, dass Energie aufgetankt wird. Das ist nur so, okay, ich überbrücke das jetzt bis es irgendwann 17, 18 Uhr ist. Das heißt, ich glaube, also meine Herangehensweise ist nicht, dass wir KI und Robotik und Automatisierung haben, sondern eher, ich weiß, wir müssen Lösungen liefern und kreativen Output. Und das können wir nicht in acht Stunden durchhalten. Dann lass uns gucken, wie wir das so gut machen können, dass wir vielleicht einen besseren Output in weniger Zeit schaffen. Und dann fällt irgendwann der Stift und dann gehen die ihren Weg, haben plötzlich Zeit für persönlichen, für die Waage. Also dass die immer im Einklang ist. Du wolltest noch ein Wort zu New Work sagen. Genau, weil New Work ist jetzt für mich zum Beispiel, was heißt denn New Work? Das ist so, das gab es offensichtlich schon mal, das war mir komplett unbekannt bis gerade. Ich glaube, der Trick bei New Work ist, dass der Einzelne wieder in den Mittelpunkt rutscht. Also dass es plötzlich wieder ironischerweise bei Digitalisierung, die aus Nullen und Einsen irgendwie besteht, dass plötzlich ganz viele Grautelle dazu kommen, dass nämlich jeder Einzelne in seinen Stärken wichtig ist und mit seinen Kompetenzen wichtig wird und plötzlich wieder relevant wird. Aber ist das wirklich so oder hängt das nicht zumindest sehr von dem Mindset der Unternehmensleitung ab? Ich kann ja auf so einen Roboter schauen als Ersatz für Arbeitnehmer und den Arbeitnehmer als Kostenfaktor sehen. Ich kann aber auch auf den Roboter schauen als potenzieller Erleichterer und Enabler, wie man heute sagt, und Partner der Menschen. Und dann sehe ich den Mitarbeiter als Investitionsobjekt sozusagen und nicht als Kostenfaktor. Und das ist ja doch, wie gesagt, sehr stark abhängig davon, wie so ein Unternehmen drauf ist und in welcher Situation es sich befindet, oder? Also klassisch ist ja New Work von Friedhoff Bergmann definiert worden in den 70er Jahren, der beim großen amerikanischen Industriekonzern in Chicago helfen musste, weil die Arbeiter alle überfordert und überarbeitet und erschöpft waren aus ähnlichen Gründen. Und der hat dann gesagt, Leute, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Diese Leute arbeiten 70 Prozent der Zeit am Band und machen das, was sie immer machen. Und 30 Prozent der Zeit dürfen sie für Dinge verwenden, die sie brauchen, um sich selber weiterzuentwickeln, fachlich oder menschlich. Und das ist eigentlich die Grundidee von New Work. Und er hat gesagt, dadurch haben wir einen Sinn, wir schaffen ein Purpose, heißt das neudeutsche, Sinnzweck mit unserer Arbeit. Und in dem Moment, wo Menschen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln und ihre Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sind sie glücklicher und zufriedener. Und dieser Gedanke kommt jetzt im Zuge dieser schnellen Digitalisierung wieder hoch, weil wir uns jetzt auch überlegen, eigentlich kann der Output doch nur noch funktionieren, wenn die digitalen Maschinen das machen, was sie machen, und der Mensch aber zufrieden und glücklich arbeitet, also intrinsisch motiviert ist. Und jetzt ist leider die Situation so ein bisschen, dass dieser tolle Begriff New Work missbraucht wird. Und er ist jetzt ein Synonym in vielen Häusern für dieses, wir arbeiten jetzt mal agiler, weil wir hoffen, dass wir dadurch schneller werden. Oder wir sagen jetzt allen Menschen, sie dürfen von zu Hause aus arbeiten, weil da müssen wir nicht mehr so viel Bürofläche vorhalten und haben nicht mehr so hohe Energiekosten. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt. Und wenn dann ein großes Unternehmen wie Xing auf einmal überlegt, New Work als Trademark zu übernehmen, dann fragen sich natürlich auch Leute, so wie ich, die so Bücher schreiben über New Work ist so super und so toll und der Mensch geht im Mittelpunkt. Wieso heißt mein Buch eigentlich so? Also wie Xing möchte ich eigentlich nicht heißen als Autorin. Und das macht die Sache so schwierig. Also gehen wir damit vernünftig vor oder ist es ein Produkt, was wir vermarkten, um wieder kapitalistisch besser zu werden? Also nichts gegen kapitalistisch besser, aber jedenfalls das eine ist so ein bisschen engstirnig, oder? Nach wie vor, da gibt es so eine Art Nullsumme und die kann man entweder mit Robotern oder mit Menschen erledigen. Und das andere ist halt ein expansives Denken. Und meine Frage ist, wie kommt man denn dahin, dass in mehr Unternehmen im eigentlichen Sinne an New Work gedacht wird, expansiv gedacht wird, investierend gedacht wird und weniger in dieser von dir gerade beschriebenen Weise? Das versucht man lieber Innovation. Also heute ist ja das große Schlagwort die Innovationsfähigkeit. Und alle Unternehmen wissen, also klar Innovationen waren immer schon wichtig und jeder Unternehmer hat früher auch schon 10 Prozent des Gewinns in Investitionen investiert. Auch gerade hier in diesem Hause zum Beispiel war ein gutes Vorbild früher. Aber das haben viele Leute lange vergessen. Und jetzt haben wir wieder gelernt, oh ja, wir müssen investieren in Innovationen. Und jetzt sind wir bei diesen starren Prozessen, Management Prozessen und wir haben Qualitätsmanagement, was vorschreibt, wie man zu arbeiten hat. Und da darf man gar nicht von abweichen. Und jetzt sind wir in dieser starren Situation und versuchen dann aber dieses neue innovative Explore wieder einzuführen. Und deshalb gibt es so viele Unternehmen, die dann sagen, gut, wir machen Innovationslabs oder Digitallabs oder wir machen irgendwelche Ausprobiergegenden, wo die dann mal ganz anders arbeiten dürfen in der Hoffnung, dass diese Ausprobierstellen, diese Zukunftswerkstätten so eine große Strahlkraft haben, dass sie dann irgendwann in das Haus vielleicht einzahlen. Und da gibt es andere Unternehmen, die ändern ihre Arbeitsflächen. Philips zum Beispiel in Hamburg, die haben ja einen ganz, ganz modernen Campus geschaffen, wo keiner mehr einen festen Arbeitsplatz hat, man aber im Arbeitsverbund zusammensitzt. Und auch Herr Wullens, der CEO, hat keinen eigenen Arbeitsplatz. Der sitzt wie alle anderen auf der Fläche, wenn er auf seinem Laptop tippt und wenn er telefonieren will, dann muss er wie alle anderen in so einen Funktionsraum, wo man sprechen darf. Und wahrscheinlich wird man ihn schon vorlassen, aber eigentlich muss er sich da genauso drum bemühen wie alle anderen auch. Und er geht in die Kantine und holt sich seinen Kuchen selbst. Also bei der Bank, wo ich war, da haben die Vorstände woanders gegessen, einen eigenen Fahrstuhl gehabt. Die hat man nie gesehen. So, das heißt, das ist eine andere Kultur und ein anderes Leben. Und der Betriebsrat hat dem zugestimmt. Die sind die Einzigen übrigens, die einen eigenen Raum haben, alles anderes offen. Weil die gesagt haben, wir sind Betriebsrat, wir müssen Dinge besprechen, die keiner hören soll. Da haben die gesagt, alles gut, dafür, dass ihr mitmacht, dürft ihr das haben. Das ist unser Geschenk. Und man versucht dann eben durch solche Wege Menschen zu ermutigen, innovativ zu sein in ihrem eigenen Bereich, so gut es denn geht. Und ich glaube schon, dass diese Mischung zwischen festen Ritualen einerseits aber eine gewisse Freiheit, um Dinge auszuprobieren, für Menschen sehr gut ist. Lasse, kannst du verstehen, dass das manche Leute so eine Aussicht schreckt? Wir haben das neulich mal in so einem Interview gehabt, diese hippe neue Arbeitswelt, in der man Monster kooperativ ist und teamfähig und immer aufeinander so voll auch eingeht und so. Missverständnis. Es gibt einen bestimmten Anteil der Bevölkerung, den das erschreckt, weil die glauben, dass sie dafür nicht gemacht sind. Ich habe auch ähnliche Erfahrungen sogar teilweise gemacht, dass bei mir im Team gesagt wurde, hier Lasse, sag mal, du bist der Chef, jetzt sag mal genau, wie das hier laufen soll. Wo ich mir dachte, warte mal, bei ihr wisst es im Zweifel sogar besser als ich. Das wollen manche nicht, das stimmt schon. Ich glaube auch die neue, wenn man jetzt über Generationen sprechen will, dieses Generation Z Thema, die wollen Sicherheit und die wollen auch teilweise Ansagen haben. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert, weil ich glaube, nicht jeder ist so, dass er mit dieser Freiheit umgehen kann und nicht jeder möchte das. Viele möchten vielleicht auch ganz klare Prozesse und da soll einer über den sitzen, der vielleicht auch einen Schutzfaktor darstellt, weil wenn man viel Freiheit hat, kann man auch viel runterschmeißen vielleicht. Ja, ich kann, also ich persönlich bin eher der Mensch, der sagt, wie super ist das denn, habe aber auch in meinem kleinen Team von jetzt 17 Leuten gemerkt, das ist nicht jedermanns Sache und damit muss man halt umgehen. Deswegen auch, was sie eben zu New Work meinte, die muss man alle mit abholen, die muss man alle, das muss, man muss irgendeinen Rahmen schaffen, wo die sich alle wohlfühlen, um eben den besten Job, in dem sie glücklich werden, abliefern zu können. Und erstmal muss man sie wahrscheinlich auch schon in der Bildung und Ausbildung ein bisschen auf diese Welt vorbereiten, oder? Es ist total billig und wird ständig gemacht, zu sagen, wir müssen mehr in Bildung investieren. Dann ist ja die Frage, okay, aber in was für Bildung eigentlich? Mit anderen Worten, und das geht ja von, die müssen alle Coden lernen in vernetzten Schulen, bis die müssen endlich wieder lernen, kreativ zu sein und müssen lernen, zu lernen, tausend Stichworte. Was ist es denn nun, Christiane? Aus meiner Sicht ist es einfach wieder dieses Vertrauen, dass man in seiner Intuition schon vieles angelegt hat. Für mich sind immer so neue Führungen bedeutet, dass ich meiner Intuition vertraue, dass ich strategisch vorgehe, mir überlege, was ich vorhabe und die Digitalisierung mit einbaue. Okay, also Schule soll mir beibringen, Vertrauen, wie macht man das in der Schule? Also aus meiner Sicht, mein Sohn hat in Amerika und in Deutschland Schule besucht, Amerika hat ihm sehr viel Spaß gemacht, Deutschland nicht so. In Deutschland wurde immer erwartet, du musst das so machen, also alle Wege wurden vorgeschrieben und der deutsche Schüler sagt das, was der Lehrer oder der Lehrerin hören will. Und das wissen die vorher schon. Und wenn da bei uns am Tisch diskutiert wurde und mein Mann sagte, aber Geschichtsthemen zum Beispiel, aber es war doch in Wirklichkeit so, dann sagte mein Sohn, das will ich nicht wissen, der Lehrer denkt, dass das anders war. So, das heißt, in Deutschland wird sehr stark normiert und es wird erwartet, wie die Wahrheit auszusehen hat. Aber Menschen, gerade junge Menschen, wollen doch ausprobieren. Die wollen Thesen testen. Die provozieren uns ja auch mit dem, was sie sagen. Die wollen, guck mal, sehen, wie die sind. Und wenn man das wie in Amerika als Stärke betrachtet und das interessant findet, dass Kinder lebendig sind und dass die eigene Vorstellungen haben und Dinge logisch weiterdenken, auch wenn sie vielleicht falsch sind, aber überhaupt, dass sie denken. Ich finde, da sollte man in der Schule wieder ein bisschen mehr Wert drauf legen. Und Coden ist ja auch eine kreative Arbeit, wenn man es dann gerne macht. Mit dem Ergebnis, dass sie dann alle Trump wählen, aber okay. Oh! Aber im Ernst, Lasse, was noch? Was für Skills, wie man heute sagt, oder was für Entwicklungsperspektiven muss ich umleuten? Denken hilft auf jeden Fall. Denken ist schon eine gute Sache. Dieses Thema Heterogenität im Unterricht ist wirklich in Deutschland eine ganz furchtbare Sache. Ich habe zwei Töchter, die sind auf verschiedenen Schulen. Meine Jüngste ist auf der Montessori-Schule. Jetzt denken sie vielleicht, okay, also wie mein Cousin, der sagte, wie da auf so eine komische Waldschule oder so. Ist aber ganz anders. Was da passiert, sehe ich jeden Tag. Die lassen die alle laufen und die können sich überlegen, was mache ich jetzt und sind 100 Prozent intrinsisch motiviert. Und dann können manche vielleicht das in der dritten Klasse schreiben, lernen das dann aber in drei Wochen. Weil die einfach dann plötzlich merken, jetzt habe ich richtig Bock drauf. Und dann muss man denen das nicht reinprügeln, wie in anderen Schulen, sondern die haben plötzlich Spaß daran. Und das geht bei vielen Regelschulen in Deutschland, glaube ich, unter. Und da gibt es einen riesen Bedarf, dass da auch, glaube ich, Lehrer weitergebildet werden, was Heterogenität, also auch mit Stärken umgehen, wie mit Schwächen umgehen im Unterricht eigentlich ist. Ich glaube, das führt nämlich dazu, dass die plötzlich auch Regeln hinterfragen, weil das ist nämlich gerade der Zustand. Wir sind da gerade an so einem Scheideweg. Diese alte Management-Theorie, das haben wir schon immer so gemacht und hier sind die Zahlen und jetzt müssen wir das machen. Das ist halt total hinfällig, eben weil wir in dieser VUCA-Welt leben. Diese komplexen Zusammenhänge, wie sie heutzutage existieren, die kann auch keiner mit Management und Nachdenken in Verbindung bringen. Das Beispiel, warum 2008 die Kaugummiverkäufe eingebrochen sind, ist bekannt. Vielleicht weiß jemand, warum 2008 die Kaugummiverkäufe extrem eingebrochen sind? Ich bin jetzt auf Ihre Meinung. Sehr gespannt. Hat jemand eine Idee? Kaugummiverkäufe? 2008, riesen... Das macht es nicht so spannend. Ja, das ist aber ein gutes Beispiel, weil das iPhone rauskam, die Leute an den Supermarktkassen plötzlich nicht mehr Kaugummis gekauft haben, weil sie gedachten, ach, ich könnte mal wieder Kaugummis kaufen, sondern die standen da so. Bis man das rausgefunden hat, musste man Studien- und Videoüberwachung einführen in den Supermärkten und das ist halt so ein Zusammenhang, den kann man auch nicht vorhersehen. So, und das ist so eine Sache, wenn ich immer die gleichen Fragen stelle, kriege ich auch immer die gleichen Antworten. Wir müssen auch mal ein bisschen verrückte Kinder aus den Schulen kriegen, die vielleicht nicht das auswendig gelernt haben, sondern die sich mal gefragt haben, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich werde sehr häufig zu Hause gerade entlarvt von meinen Kindern mit einfach gemeinen Fragen, wo sie mich bloßstellen und ich feststellen muss, oh ja, ich habe echt gerade ziemlich im Blödsinn gequatscht, weil ihr habt recht, ihr kleinen Biester. Und in der Arbeitswelt ist es ja ähnlich. Ich habe kürzlich einen Anruf bekommen von einer wirklich hochbegabten jungen Frau, die im Innovationsumfeld arbeitet, in einem Softwarehaus und die sagte, Christian, ich habe hier gerade was total Cooles vorgestellt und dann sagten die alle, jetzt sei mal nicht so ungeduldig, du bist noch nicht so weit. Also so ein Verhalten ist eben auch nicht mehr zeitgemäß, das habe ich als junge Frau auch erlebt, für damals war das dann okay. Aber heute, wo wir innovative Menschen brauchen, die querdenken, die anders denken, da kann man doch sagen, super, ich habe die im Team, die will ich doch haben, die möchte ich doch fördern und nicht sagen, lass mal kleines, ruhig brauner und du bist noch so jung und du hast noch ganz viel Zeit, um dich auszuleben. Also ich glaube schon, dieses Hinterfragen, Fragen zulassen, anders denken, nicht so viel mit Rezepten arbeiten. Also ich, das sei in dem ersten Buch auch geschrieben, Rezepte ist out, jeder geht seinen eigenen Weg und wir haben unseren inneren Kompass. Und wenn wir uns weiterentwickeln und freien Geist haben und die Welt wach beobachten, dann können wir alles aufnehmen und ausprobieren. Und das macht dann die Menschen insgesamt auch als Team und auch die Arbeitsorganisation besser. Darf ich mal ganz offen sagen, ihr seid mir im Moment so ein bisschen happy-go-lucky. Ja, aber ich kann dir aber auch sagen. Ne, ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Weil ich meine, da gibt es veritable Bedenken da draußen, dass wir mehr oder weniger am Ende des deutschen Jobwunders sind und dass laut einer der ersten Studien, es gibt mittlerweile andere, die anders sagen, aber dass 47 Prozent aller Jobgruppen von der Digitalisierung bedroht sind. Da gibt es eine neue Siemens-Fabrik bei Ulm, die braucht nur noch ein Drittel der Menschen von der alten Fabrik und so weiter. Also zumindest für die Übergangsgenerationen gibt es da große Befürchtungen. Und wenn die dann hören, naja, wir müssen irgendwie so ein bisschen freier werden und lernen, unser Potenzial auszuschöpfen, dann sehen die das mehr so als obere Mittelschichtsantwort und als Städterantwort, als Milchschaumantwort. Und nicht als Antwort auf ihre Probleme. Ich weiß schon, dass ihr mit Recht sagt, nee, aber irgendwie ist es trotzdem die Antwort. Trotzdem, wie kommt man denen näher? Wie kann man diesen Prozess, den ihr wollt, der was zu tun hat mit Selbstvertrauen, was angeknackst ist, der was zu tun hat mit persönlicher Entwicklung und so weiter. Wie kann man den anstoßen, wie kann man den möglich machen? Also es gibt ja ein Unternehmen in Hamburg, das heißt WorkGenius, das sind drei junge Männer, die dieses Unternehmen gegründet haben, eine Software, die Arbeit mit Menschen matcht und zwar weltweit. Also wenn sie jetzt bei der Firma Tesa am Wochenende 400.000 Dateien mal eben ausgewertet haben müssen in ihrem Programm, dann können sie in der Welt 40 Experten dazu buchen, die das dann machen. Und sie brauchen vielleicht noch nicht mal die Sprachkenntnisse. Das ist WorkGenius, die können das. Und der Gründer, einer der Gründer, Daniel Barke, den ich eben auch interviewt habe, als einer der New Worker, der sagte, in der Zukunft wird es zwei verschiedene Arbeitsmodelle geben. Das eine ist die sogenannte Caring Company, also sowas wie Beiersdorf oder jetzt auch hier Hapag-Leuth, also wo alle Leute gut versorgt werden, gute Arbeitsbedingungen haben, fürs Alter sparen können, relativ lange Verweildauer haben können, wenn sie es wollen. Und das andere sind die Fluiden Companies und die Fluiden sind die, wo es einen kleinen, engen Stab an festen Mitarbeitern gibt und alle anderen werden dazu gebucht. Immer nach Bedarf, die kommen und gehen. Und das sind dann Menschen, die sozusagen selbstständig sind und die müssen sich weiterentwickeln, sowohl im Wissen her, aber auch im Auftreten. Weil die müssen sich jetzt natürlich verkaufen und die haben eine Software, mit der ich getestet werde. Da wird also, bevor ich mich da als Arbeiterin anstellen lassen darf, egal in welchem Level, Fragen beantworten und diese Fragen zeigen, was für ein Mensch ich bin, was für ein Service Level ich habe, was ich überhaupt kann. Und da gibt es noch Feedbackbögen und dann werde ich innerhalb dieser Firma gerankt. Jetzt kann man sagen, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Da muss ich ja immer super sein, damit ich gebucht werde. Aber so wird es wahrscheinlich irgendwann sein, dass wir unabhängig da, wo wir leben, dazu gebucht werden oder auch nicht. Und nicht mehr diese Festanstellungsgrad hier haben. Entschuldigung, das hier sind alles wohlgebildete, wohlhabende Zeitleser. Aber das heißt, die Leute, von denen ich im Moment rede, sind wahrscheinlich in der Mehrheit nicht im Saal. Aber das, was du jetzt sagst, macht denen nur noch mehr Angst. Deswegen meine Frage, vielleicht auch nochmal an Lasse, wo geht das hin? Erstmal haben wir ja nahezu Vollbeschäftigung gerade und trotzdem haben wir so viele offene Stellen. Allein in der Pflege irgendwie gerade 35.000, bei uns in der Branche 55.000, die kriegen wir nicht, weil die gibt es halt nicht. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, ich würde gerne in der Pflege haben, die sind nicht da. Und jedes Jahr gehen durchschnittlich 375.000 Menschen aus dem Arbeitsmarkt raus und werden halt nicht ersetzt. Das heißt, wir verlieren gerade ohne Ende Arbeitskräfte, die wir eigentlich brauchen. Ich glaube, durch die Digitalisierung fallen mit Sicherheit viele Jobs weg, ja. Da gibt es aber auch plötzlich neue Jobs. Ich war kürzlich auch in Hamburg auf einer Bühne und habe da mit mehreren auch in so einem Panel gesessen und wir mussten alle unseren Job beschreiben. Und ich glaube, jeder von uns brauchte dafür so ein paar Sätze, weil unsere Jobs wirklich erklärungsbedürftig sind. Und viele der Jobs gab es vor zehn Jahren auch nicht. Und genauso wie es jetzt einfach so viele Jobs gibt wie YouTuber und Influencer und die verdienen da seriöses Geld mit, wird es auch in zehn Jahren Jobs geben, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, was das für Jobs sein werden. Und auch für eben nicht die Akademiker gibt es auch andere Jobs. Also davon bin ich überzeugt. Ich bin sehr optimistisch voran nachzudenken. Wir haben so viel Arbeit an verschiedensten Stellen. Wir brauchen da auch Menschen für. Es gibt im Moment diese beiden Vorstellungen von der Zukunft der Arbeit. Die eine, die bei euch durchkommt. Eine optimistische Vervielfältigung dieses Modells, was ihr selber auch repräsentiert. Und das andere ist diese dystopische Idee, dass in der Übergangszeit wahnsinnig viele Jobs wegfallen, die Ungleichheit in der Gesellschaft noch größer wird. Nämlich genau zwischen denen, die damit umgehen können, die das nicht können und so weiter. Und irgendwie haben ja beide Szenarien sozusagen was für sich. Es gibt Argumente. Und gleichzeitig ist es ja nicht so, als wären wir dem ausgeliefert. Weder als Individuum, noch aber auch als Gesellschaft mit anderen Worten. Wo müssen wir denn aufpassen? Wo sind denn in den nächsten Jahren die entscheidenden Weichen und Schnittstellen und so weiter, an denen sich entscheidet, wohin Deutschland sich bewegt? Ich glaube, wir haben da gar nicht so viel Macht, wie du das jetzt beschreibst. Also ich glaube, dieses Thema, was soll denn jetzt gerade der Einzelhandel tun gegen Amazon? Die können halt nichts tun. Vielleicht gegen Amazon jetzt als Einzelne. Aber den Onlinehandel wird es geben und ich kann jedes Produkt immer kaufen. Das heißt, die haben gar keine, die haben nicht die Möglichkeit, die haben die Macht nicht mehr. Ich glaube, das ist teilweise auch eine politische Diskussion, die man plötzlich anfangen muss, aber auch eine gesellschaftliche. Ich glaube, die, die das nämlich nicht schaffen, da haben wir die Verpflichtung, die mitzunehmen. Ob das ein Grundeinkommen ist, ob das eine Robotersteuer ist. Irgendwelche Modelle in der Richtung muss es geben, weil es wird Leute geben, die nicht mithalten können und die sonst wirklich am Ende sein werden. Und ich glaube, da gibt es eine große Verpflichtung, die halt Parteien erkennen müssen, die Gesellschaft erkennen muss. Und darum kommen wir nicht. Es wird Leute geben, die werden keinen Job mehr finden. Christiane, was macht man mit denen? Ist das Grundeinkommen schon der Weisheit letzter Schluss? Also der Weisheitsletzter Schluss vielleicht nicht, aber ein erster Schritt. Also ich sehe es auch wie du. Es wird Menschen geben, die kommen nicht mit, die können sich nicht so gut anpassen. Also dieses Adapt-to-win, wie es so schön heißt, liegt nicht jedem. Schon mal gar nicht in Deutschland, wo wir eben auch sehr deutsche Eichen sind und es auch gut finden, dass wir uns nicht verändern. Und da muss es gesichtswahrende Möglichkeiten geben, die wir als Gesellschaft anbieten. Und sei es, dass es Arbeitsbereiche gibt, wo das okay ist, dass man so ist und dass die aufgewertet werden. Und das sind für mich eben auch viele Arbeitsplätze, die eben im Bereich mit Menschen arbeiten sind. Und auf der anderen Seite sollte der Staat aber auch darauf achten oder wir als Gesellschaft, dass wir nicht so viel auf die Angstmacher hören. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir überängstig sind und uns auch verrückt machen. Und immer dann, wenn ich mit Führungskräften arbeite, wenn die erst mal anfangen zu begreifen, dass diese neue Welt ihnen noch eine Perspektive gibt und dass sie da auch gut Karriere machen können oder sich als Mensch weiterentwickeln, dann sind die eigentlich ganz euphorisch. Ich habe kürzlich mit einem Geschäftsführer von einem technischen Unternehmen gesessen und seine Assistentin war krank. Da musste er sich alleine mit mir unterhalten. Er wusste gar nicht, ob er das kannte, weil seine Stichwortgeberin war nicht da. Und dann auf einmal lief das aber ganz gut. Und dann sprach er von seiner Studentenzeit und sagte, wissen Sie was, seitdem ich Student war, habe ich eigentlich nicht mehr so kreativ gedacht. Vielen Dank für diesen schönen Termin. Das heißt, Menschen müssen sich einfach mal wieder anders erleben. Und wenn man das kann und darf und muss, glaube ich, wird diese Gesellschaft es schaffen. Und dieses Vieles wird so schlimm und wir werden alle arm sein und arm und weich geht auseinander. Ich kann es eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wir jammern zu viel und wir machen zu wenig. 2001, 2002 und 2003 war Deutschland der kranke Mann Europas. Der eine oder andere mag sich noch erinnern, hat sich dann auf den Hosenboden gesetzt und ist sozusagen zum China des Westens geworden für die letzten 15 Jahre. Da darf man auch nicht vergessen, dass diese Erfolgsgeschichte noch besteht. Übrigens mit der Hilfe auch von vielen Hunderttausenden von Migrantenarbeitern, also ich meine jetzt nicht die Flüchtlinge, sondern auch die innereuropäischen Migrantenarbeiter. In der Spitze haben wir pro Jahr 800.000 hinzugewonnen, ohne die dieses Wachstum gar nicht möglich gewesen wäre. Das wird gerne immer unterschlagen. Aber das haben wir also hinter uns und mir scheint, dass aufgrund dieses Erfolges vieles in diesem Land nicht mehr angepackt worden ist, was angepackt werden müsste. Was wäre denn politisch das Erste, was jetzt zu tun wäre, wenn dann vielleicht mal wieder jemand sozusagen zur Wahrung zukünftigen Wohlstands und zukünftiger Gerechtigkeit was anpacken möchte in Berlin? Ich bin für Breitbandausbau, weil man überall in Deutschland einen guten Empfang haben muss, damit ich auch von zu Hause aus arbeiten kann. Finde ich wichtig für alle, die Kinder haben, die Eltern betreuen, wenn ich das beides miteinander verbinden kann und nicht immer so weit fahren muss. Ich habe lange in Schleswig-Holstein gelebt, das ist ja Wahnsinn. Da fährt man anderthalb Stunden zu arbeiten zurück. Wenn das nicht mehr wäre, wenn ich da, wo ich bin, arbeiten könnte, würde, glaube ich, vielen Menschen geholfen sein. Das wäre jetzt mal so eine Basisanforderung und dann ein paar Dinge. Wir haben ja durch die 2015 und die Geflüchteten gemerkt, dass unsere Verwaltung nicht mehr gut funktioniert, dass viele Prozesse eingeschlafen sind, nicht zeitgemäß zu langsam. Der Stresstest, der Unfreiwillige wurde nicht so ganz gut bestanden und ich arbeite ja sehr viel mit Verwaltung. Die sind sehr offen für die neue Zeit und die sagen auch, wir würden gerne neue Dinge tun, aber der Bürger hat nicht immer so richtig Lust. Und deshalb, wenn sie jetzt mal eine digitale Akte oder sowas bekommen, wäre es auch super, wenn man sagt, schön, dass ihr das anbietet und nee, ich will jetzt wieder Papier haben. Also sprich, dass wir das dann auch positiv unterstützen, wenn die Verwaltung sich endlich mal umstellt und nicht wieder sagen, oh Gott, das ist ja alles ganz schrecklich. Jetzt muss ich auf einmal online irgendwas ausfüllen, wer weiß, ob das sicher ist. Lasse, wo würdest du ansetzen? Ich habe lustigerweise das mit dem Breitbandausbau, ich habe durchaus mit ein paar Politikern aus dem Bundestag zu tun gehabt in dem letzten Jahr und das war auch so eine Idee. Ich halte die Idee von der Staat ist für Internetversorgung zuständig, für ganz charmant, weil der Markt sonst solche kleinen Dörfchen eben nicht anbinden wird. Und ich glaube, da ist die Regierung noch weit, also wir sind ja noch im Neuland, Frau Merkels Aussage innerhalb des Neuland für uns alle, wo ich schon 20 Jahre online war. Die hat offenbart, in was für einer dramatischen Situation wir da sind. Also die Regierung hat da wenig Ahnung, glaube ich, und sieht das nicht so als Wirtschaftsfaktor, wie es eigentlich ist. Also wir haben globale Konkurrenten plötzlich, die Branchen komplett kaputt machen oder einfach anders formulieren. Auch so ein Amazon, da fluchen alle Leute drauf. Ich denke immer, ja, aber Amazon ist halt einfach eine so perfekt funktionierende Firma. Für mich als Kunden, natürlich gibt es da ganz viele schlimme Seiteneffekte, logisch, aber die haben verstanden, wie das funktionieren könnte, wenn man es einfach mal macht. Und in Deutschland haben wir halt irgendwie kein Internet, wo ich mir denke, ja, blöd. Das ist eine. Diese Jammerkultur ist auch furchtbar und diese ganzen sehr vielen Regeln, auch Gesetze, die es gibt. Ich finde jetzt die Datenschutzgrundverordnung, das ist ein Beispiel, die ist ja sinnvoll. Ich habe sehr lange Termine gehabt und sehr viel geflucht, weil man so viele Facetten plötzlich wirklich intensiv beleuchten muss. Ich finde es aber grundsätzlich gut, weil viele Unternehmen da draußen überhaupt gar keine Ahnung haben, wie die mit Daten umgehen müssen. Und das ist so eine Sache, dafür bin ich dann ganz dankbar. Aber dennoch haben wir dadurch ganz viel Hürden, die Innovationen hemmen, die Unternehmer davor bewahren zu gründen, die Menschen davon abhalten, einfach mal mutig zu sein. Und das ist halt ein Thema. Da muss man glaube ich jetzt als Land aufpassen, dass man da vielleicht nicht zu viele Hürden in den Weg legt. Auch das Thema Gründen generell, bis ich eine Firma gründet habe, wo sich irgendwie 15 analoge Prozesse durchlaufen, habe mit zehn Leuten zu tun, die allesamt die gleichen Daten von mir brauchen, obwohl es allesamt Regierung ist, irgendwo im Entferntesten. Das ist wirklich sehr blamabel. Meine Damen und Herren, ich hatte es schon am Anfang gesagt, wir wollen nicht nur vor Ihnen sprechen, sondern vor allem auch mit Ihnen sprechen. Und es wäre sehr schön, wenn Sie jetzt mit uns ins Gespräch kämen, mit Fragen an die Referenten, mit Beobachtungen, Kritik. Wird auch gerne genommen an dem, was hier gesprochen wurde. Lassen Sie uns den Diskurs beginnen. Dann beginnen wir in der ersten Reihe. Und bitte sagen Sie uns kurz, wer Sie sind. Ich bin Holger Brink und ich finde das Argument mit dem Milchschaum sehr gut. Ich lebe auf dem Land bei Bremen. Das kommt mir extrem zu kurz gesprungen vor. Also Breitbandausbau als Problemlösung für den neuen Arbeitsmarkt. Also ich sehe das ein bisschen wie Sie. Ich habe auch zwei Kinder, die gehen zur Schule. Das ist durchaus nicht immer einfach. Da fehlen Lehrer. Da werden jetzt Notebooks beschafft, um die Lehrer, damit es mehr Lehrer gibt, also von der Regierung. Also wir haben da ein substanzielles Problem bei der Ausbildung, denke ich. Und das ist die neue Generation, die da was lernen muss. Deswegen denke ich, da muss man noch ansetzen. Und nicht beim Breitbandausbau, sondern bei unseren Kindern. Also ich denke auch, dass das mit der Montessori eine gute Idee ist. Aber da muss man doch erst mal gucken, wie kriegen wir die neue Generation dahin, dass sie weniger deutsch ist als wir jetzt. Weil ich merke, dass die Freunde, die ich habe, die einfache Berufe haben, die haben diese Angst, die sie beschrieben haben. Und die haben Angst vor so einer Entscheidung. Die wollen das auch nicht. Und die kriegen, wie können wir nicht alle als Verlierer und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen abspeisen. Vielen Dank. Vielleicht beide dazu? Möchtest du? Ich glaube, wir haben durchaus ganz viele Probleme, ja. Aber ich denke, das Thema Bildung ist ganz furchtbar. Meine Frau ist Lehrerin gewesen, ist ausgestiegen, weil die das System so unerträglich findet, ist dann in die Uni zurück, um in die Lehrerbildung zu gehen. Ich finde, an der Stelle ist es auf jeden Fall wichtig, dass man nämlich guckt, wie man die Generation, die so wichtig ist, eben besser ausbildet. Wir kriegen dieses Problem aber gar nicht gelöst. Wir haben zu wenig Lehrer. Es gibt aber auch keinen. Und dann denkt sich die Regierung aus, wir nehmen jetzt mal einen Förster für Bio-Unterricht, der weder von Pädagogik, Didaktik noch von Biologie eine Ahnung hat, aber Förster ist. Also ich meine nichts gegen Förster, die haben auch wahrscheinlich an manchen Stellen viel Ahnung, aber da werden irgendwelche Maßnahmen ergriffen, um statistisch mehr Lehrer zu haben, die aber eigentlich gar nicht geeignet sind. Ich glaube, da ist ein Problem, das ist aber unabhängig von dem Breitbandausbau, was genau so ein Riesenproblem ist. Also ich halte, das ist, ich gebe Ihnen da recht. Nein, das habe ich gesagt und ich habe das auch nicht gemeint als die Lösung, sondern als eine Voraussetzung, dass man arbeiten kann, auch wenn man weit weg wohnt von den Metropolen. Genau. Wenn man jetzt mal diesen Breitbandausbau nähme, dann sieht man ja auch jetzt schon Maßnahmen und Programme, also E-Learning-Umgebung, dass nämlich ein Lehrer, ein hervorragend geeigneter Lehrer, es gibt auch einen YouTuber, der Matheunterricht gibt, umsonst. Und der ist sehr, sehr erfolgreich, weil der das so spielerisch und gut vermitteln kann. Das gucken Kinder freiwillig. So, wenn man es also schafft, dass diese Kinder, die das freiwillig gucken würden, in Buxtehude auf dem Land bei guter Online-Verbindung sich dafür treffen, dass sie diesem Lehrer zugucken, wäre das in jedem Fall schon mal eine Möglichkeit, wie man diesem Lehrermangel begegnen könnte. Ich glaube übrigens, am Ende müssen sie es irgendwie schaffen, also ihr habt dann über die Infrastruktur, also über Hardware geredet, sie haben über Software geredet, was wird dir dann eigentlich beigebracht. Am Ende muss man es irgendwie schaffen, dass die Menschen eine Routine haben, mit der sie in dieser neuen Welt funktionieren können, oder? Es kann nicht jeder alles neu für sich lernen und entwickeln, sondern sowohl bei der Aufnahme von Arbeit, als auch bei der Bildung, als auch beim Funktionieren in der Gesellschaft braucht es einfach Routinen, die man mehr oder weniger nachmachen kann. So eine Art Grundstatus. Und den gilt es zu entwickeln in der Kombination von Hardware und Software, nehme ich an. Ich habe noch ein Thema dazu. Ich habe kürzlich mit Schulleitern gearbeitet. Da ging es auch um dieses Neuführen im digitalen Zeitalter. Und die Schulleiter haben eigentlich zurückgespielt, dass sie schon gerne auch anders lehren würden und andere Curricule nutzen würden, aber eben auch in unserer deutschen Verwaltung sehr wenig Möglichkeiten haben, das zu gestalten und sehr viel Zeit für die bürokratische Aufarbeitung von ihren Arbeitsbelägen benötigen, sodass sie oft gar nicht mehr die Energie haben, um die Schule vielleicht in die Richtung zu ändern, wo sie geändert werden müsste und auch nicht die Zeit haben für Weiterbildung. Und weil die eben auch so überfordert und erschöpft sind, machen die dann oft auch nichts, was wieder so ein typisches menschliches Symptom unserer Zeit ist. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Ich hatte sie eben hier. Bitte sehr. Sie auch? Dann machen wir Sie und dann den Herrn dahinter. Ich bin auch Optimistin, allerdings glaube ich so ein bisschen aus anderen Gründen als Sie. Ich bin Psychiaterin und Psychotherapeutin und Sie haben gerade nochmal das Stichwort genannt, Erschöpfung und Angst haben Sie auch, glaube ich, ungefähr fünfmal schon erwähnt. Wie schätzen Sie das an? Wir haben mindestens eine Verdopplung der Krankheitsfälle aufgrund psychischer Erkrankungen bezogen aufs Arbeitsleben, also Arbeitsunfähigkeit und natürlich die Erwerbsunfähigkeit. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Das ist eine Verdreifachung in den letzten zehn Jahren. Wir haben eine Verfünffachung der Antidepressiva-Verschreibung. Wie kriegen Sie das jetzt unter in Ihrem Optimismus? Da bin ich nicht so optimistisch und das ist ein großes Thema, womit wir uns auch alle beschäftigen, also die jetzt im digitalen Leben und da gibt es ja einige Begriffe zu, dass wir, die digital sind, uns selber Offline-Zeiten verschreiben und uns die auch geben und auch nicht sagen, ich bin jetzt mal offline, sondern man ist dann eben nicht online und man ist dann eben nicht erreichbar und auch innerhalb des Arbeitskontextes, dass jede Person sich sagt, so viel kann ich leisten und jetzt brauche ich mal eine Pause. Und der Begriff Digital Detox ist ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dass man das lebt und dass es in Ordnung ist, dass man sein Handy nicht immer bei sich hat, sondern es einfach mal weglegt oder auch ausmacht. Das Thema Muße wird auf einmal ganz wichtig und bestimmt. Leute haben wieder gerne Langeweile, das heißt diese ganzen Werte aus meiner Kindheit spielen auf einmal wieder eine große Rolle, weil sie uns davor schützen, uns zu überfordern. Und deshalb bin ich auch so für dieses New Work, weil diese neue Arbeit, so wie ich sie mir vorstelle, baut das alles ein, dass wir nicht getrieben sind von den technischen Möglichkeiten, dass wir uns nicht treiben lassen, weil man uns immer erreichen kann, sondern auch wenn ich erreichbar bin, muss ich nicht sofort reagieren, sondern ich reagiere dann, wenn es zu mir und meinem Gesundheitslevel passt und wie es verabredet wurde in meinem Team. Und das ist deshalb das Thema Regeln und Prinzipien, wie wir arbeiten wollen miteinander, wie schnell antworte ich für eine E-Mail, wie schnell muss ich auf was auch immer reagieren. Das müsste man heute in Teams aushandeln. Und das ist ja im Grunde auch das Problem, auf das Lasse Rheingans versucht hat, eine Antwort zu finden. Genau. Mehr Freiräume zu schaffen. Ich bin auch ganz dankbar, dass dieses Thema Achtsamkeit plötzlich irgendwie salonfähig wird, dass man plötzlich erlaubt, dass Menschen auf sich Acht geben. Weil ich nämlich da genau sehe und was Sie beschrieben haben, ich habe unzählige Burnouts gesehen und mitverfolgt, auch Suizide gesehen, weil die einfach überfordert waren und auch keinen Ausweg mehr gesehen haben. Und das ist so eine Sache in der Gesellschaft, die ich persönlich überhaupt nicht ertragen kann. Dieser vermeintliche Druck, wir müssen alle ständig mehr leisten. Und dieser Aktionismus, dieses Hamsterrad, das von innen aussieht wie eine Karriereleiter, ist halt katastrophal und wird so gesellschaftlich getragen, dass alle immer performen müssen. Dabei ist, wie ich das für mich selber erfahren habe, in so einem Fünf-Stunden-Tag, der wirklich ja auch absurd klingt vielleicht, habe ich aber für mich erfahren, wenn ich für mich den Fünf-Stunden-Tag geschafft habe, habe ich in dieser Zeit der Fünf-Stunden enorm viel Output gehabt und in der Zeit danach auch enorm gute und mich voranbringende Gedanken und Erkenntnisse gewonnen. Das heißt, ich glaube, wenn man immer getrieben ist im Job und das eben gesellschaftlich auch so gewünscht ist, vermeintlich, dann kann man, also erstmal brennt man schnell aus und ich glaube, man kann gar nicht so guten qualitativ hochwertigen Output liefern, wie wenn man sich mal ab und zu rausnimmt. Es gibt so ein chinesisches Sprichwort, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und da denke ich viel drüber nach gerade. Bitte sehr. Ja, Dieter Traut ist mein Name. Wir hatten vorhin eine Einschränkung der, ich sage mal, diffusen Angst auf die sogenannten einfacheren Berufe. Ich glaube, das stimmt nicht und meine Vorrednerin hat das ein Stück weit auch deutlich gemacht. Ich glaube, diese Angst ist mindestens im Mittelmanagement in den größeren Firmen ganz genauso vertreten. Der Druck wird dort enorm gespürt. Sie haben das gerade nochmal geschildert. Der Druck, der dann zum Burnout führt. Wir werden, wenn wir Ihrer Richtung folgen, wenn es dorthin geht, werden Sie als eine der großen Hindernisse die Strukturen in den großen Unternehmen, wie bei Haberg-Leuth und bei anderen Firmen haben. Und wie die Menschen sich eben in diesen Positionen fühlen, die sie mühsam sich erarbeitet haben. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Also man ist dann endlich Chef, hat sein Eckbüro und ein Auto und alle möglichen Vorteile und auf einmal soll man New Work leben. Das frustriert ganz viele Menschen. Und viele Menschen haben auch Angst, Arbeit zu verlieren oder sie haben Angst, Einfluss zu verlieren. Und deshalb ist es ja aus meiner Sicht so wichtig, dass Führungskräfte verstehen, dass ihre Reputation und ihre Bedeutung nicht abhängig ist von Statussymbolen und von dem, was sie darstellen auf ihrem jeweiligen Karrierelevel, sondern von dem, wer sie sind und was sie können. Und das ist dieser New Work-Gedanke. Und dann geht es auf einmal um das Selbst, wer ich bin und wo ich bin. Und in diesem ersten Buch, Netzwerk schlägt Hierarchie, habe ich ja immer von diesem Chef der Hölle gesprochen, der sich in seinem Büro verkriecht und sich nicht traut, unter die Menschen zu gehen, weil er Angst hat, dass man ihn entdeckt, weil er das alles nicht kann und nicht will und am liebsten eigentlich gar nicht da sein möchte. Und dann sagen wir immer, bitte geh doch in die neue Welt. Und das wird ein bisschen spielerisch beschrieben. Aber was sie schildern, ist genau das größte, größte Hemmnis. Und fast alle Manager, die ich kenne, haben Angst. Alle. Auf allen Ebenen. Bis ganz, ganz oben. Lasse, darf ich den noch eine kurze... Lasse? Wenn ich die sehe. Darf ich dem noch mal eine kurze Frage hinterher schieben in dem Zusammenhang? Wir reden über zwei ganz unterschiedliche Ängste und Drucksituationen. Die eine ist, wir arbeiten viel zu viel und haben die Sorge, dass wir der Sache nicht gerecht werden. Und die andere ist, es gibt keine Arbeit mehr. Welches ist die realistischere Sorge? Nicht heute, sondern für die Zukunft? Also es ist nicht, dass wir, dass uns die Arbeit ausgeht. Ich glaube, das ist keine, das braucht uns nicht Sorgen. Okay, die nächste Frage kommt von hier. Ich habe hier auch eine. Wunderbar. Meine Frage ist, diskutieren wir nur was für eine intellektuelle Oberschicht, die auch individuell ist? Das ist doch in der Gesellschaft heute nicht sehr angesehen. Jeder möchte doch möglichst gleich sein. Jedenfalls in den Kreisen, von denen ich sehr viel höre. Gleiche Tarifverträge, gleiche Arbeit, möglichst in eine große, entweder ein großes Unternehmen oder zum Staat. Da fühlt man sich zu Hause. Irgendwo selbstständig sein, Risiko auf sich nehmen. Das ist auch nicht gefragt. Das ist auch nur eine ganz kleine Oberschicht. Und wie kriegen wir die anderen mit, die das Ganze, diesen Geist, den sie jetzt hier ausströmen, die das gar nicht kennen? Und wie soll das mit denen denn passieren? Also ich glaube erstmal, dass Arbeitgeber oder moderne Arbeitgeber heutzutage auch die Verpflichtung haben, ihre Mitarbeiter weiterbringen zu wollen und da auch Angebote bereitstellen müssen, um genau Kompetenzen aufzubauen, die da vielleicht nicht vorhanden sind. Also ich glaube, das sehe ich als meine Aufgabe und ich glaube, viele moderne Unternehmen sehen das genauso, dass man nämlich die, die das nicht können, die da Ängste haben, die da erstmal Unsicherheiten haben, dass man die abholt und mitnimmt auf der Reise, die spannend sein kann und für alle auch was Schönes bereitstellt. Ich glaube, es ist ein Missverständnis. Ich glaube, was der Herr meint ist, ist das Ganze eine Elitendiskussion, die wir hier führen? Oder ist es eine breite Diskussion, die auch in Behörden etc. stattfindet? Es ist keine Elitendiskussion, im Gegenteil. Also ich arbeite in Projekten, wo wir gerade auch darüber nachdenken, wie man das sogenannte Blue-Collar- und White-Collar-Konzept zusammendenkt und Räume schafft, wo die sich begegnen dürfen. Und wie könnten diese Anreize sein, dass man Interesse hat, sich auch auf unterschiedlichen Bildungsniveaus und unterschiedlichen anderen Niveaus zu treffen? Also im Gegenteil, es geht eigentlich genau darum, diese Krankheiten unserer Zeit, dass Menschen miteinander nicht können, weil sie sich gar nicht mehr erleben und erfahren und auch voneinander entfernt halten, dass wir das wieder lernen, miteinander umzugehen. Und das ist auch so diese Art von Diversity, die über Hautfarbe und Religion usw. hinweggeht, sondern dass wir uns auch in unserer Vielfalt innerhalb der deutschen Gesellschaft wieder kennenlernen und begegnen können. Also das ist natürlich eine Elitendiskussion, selbstverständlich. Die Hoffnung ist, dass die Elite sozusagen ausstrahlt, dass sozusagen die Blaukrägen und die Weißkrägen, wenn ich das richtig verstehe, gemeinsam sozusagen in so eine bessere Zukunft hineinwachsen. Ich war heute Morgen bei SAP, Deutschlands teuerstem Unternehmen, hocherfolgreich, das einzige erfolgreiche Digitalunternehmen, was wir haben in Deutschland. Denen geht es fantastisch und die sind gleichzeitig dabei, gerade ich glaube 15.000 Stellen abzubauen. Also die bauen an anderer Stelle wieder welche auf, aber die bauen 15.000 Stellen ab, vor allem ältere Arbeitnehmer. Das wird alles wunderbar sozialverträglich gemacht, aber nichtsdestotrotz. Das heißt, selbst da, wenn man die Vorstände da mal so ein bisschen intensiver befragt, ist klar, es ist kein einfaches Zukunftsszenario, sondern die Arbeit geht nicht aus, aber die Arbeit ist da für einen, wie Sie selber sagen, für einen anderen Typus von Arbeitnehmer. Und die Leute, die dann, sagen wir mal, ihren Typus schon ausgebildet haben, der jetzt aber nicht mehr passt, die haben ein Riesenproblem, wie immer im Strukturwandel. Und dieses Problem kann dann auch gesellschaftlich werden natürlich irgendwann. Und das liegt einerseits am einzelnen Unternehmen, aber das liegt auch an uns insgesamt. Und ich glaube, dass man schon, wenn ich mal kurz aus der Moderatorenrolle rausfalle, aber dass man schon das sozusagen auch mitdenken und auch mit sagen muss, habt ihr ja auch, aber dass man das immer wieder mit sagen muss. Es geht gar nicht darum, dass das nur die Elite der Hochverdienenden ist. Es gibt unter den jungen Leuten, die auch handwerkliche Dinge verrichten, eine Menge, die damit glänzend umgehen können. Aber es gibt ein Segment der Gesellschaft über gewisse Einkommensgruppen hinweg, für das das Riesenproblem darstellt. So, wir haben jetzt erstmal die Dame da hinten. Ja, genau. Doris Henn ist mein Name. Ich habe eine ganz andere Frage, eher was Grundlegendes. Was ich immer wieder wahrnehme, ich arbeite selber in einer globalen Firma, dass wir Deutschen uns so schwer damit tun, was Neues einfach auszuprobieren. Meine Kollegen in Polen oder Frankreich oder wo auch immer sie sind, die sagen immer, oh, ich probiere mal, ich gucke mal. Und wir sagen immer, nee, geht nicht. Was haben Sie für eine Erfahrung? Das ist für mich ein gesellschaftliches Problem. Wie kriegen wir das in den Griff? Weil ich glaube, sonst werden wir auch von den anderen überholt. Weil diese Neugier ist für mich etwas, was ganz wichtig ist, um sich in der Zukunft der Arbeit zu stellen. Aber das fehlt mir. Ja. Also die Frage ist, gibt es hier keine Experimentierfreude? Gibt es hier keine Freude daran, Zukunft auszuprobieren und dann zu entwerfen? Experimentieren heißt ja auch gleichzeitig das Scheitern zu akzeptieren. Und ich glaube, wer hier scheitert in Deutschland, der ist erstmal ganz, ganz weit am Rand. Also man wird ja sofort, man kriegt plötzlich dann keinen Job mehr. Man ist dann plötzlich der Buhmann und das ist das Problem, was man lösen müsste. Ich habe aber keine leichte Antwort darauf, weil das ist gesellschaftlich einfach hier gerade Standard in Deutschland. Also das Thema, das ist ja in den USA ganz anders. Da werden manche nicht eingestellt, wenn die nicht zweimal derbe auf die Nase gefallen sind. Weil jeder weiß da drüben, hier irgendwie auch, wenn man darüber nachdenkt, aber das wird dann trotzdem nicht gelebt, dass man in jeder Krise auch so viel Erfahrung und Erkenntnisgewinn hat, dass man den Fehler nicht nochmal macht. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ja, sehe ich genauso. Christiane, ist das wirklich noch Deutschland oder ist das, was Lasse da beschreibt, mehr so unser selbstkritisches Bild eines Landes, was sich in Wahrheit schon sehr geändert hat? Zumindest wenn ich in Berlin durch die Gründerszene gehe, dann gibt es schon so einen gewissen Scheiterstolz. Und irgendwie sagt auch jeder Politiker, man muss in diesem Land scheitern können und so weiter. Klammer auf, als Politiker kann man das auch, ist kein Problem. Aber ist es noch Deutschland oder ist es nur unser altes Zerrbild? Also aus meiner Sicht ist die Spaltung unserer Gesellschaft mehr entlang dieser Linie, bin ich bereit dazu zu lernen und zu scheitern und das als ein Teil des Lernprozesses zu sehen, was man neu deutsch schön Growth Mindset nennt. Also das Denken, was in die Richtung Erweiterung geht. Oder gehöre ich zu den Menschen, die sagen, ich weiß schon alles, ich kann alles, ich habe meine Erfahrungen gesammelt, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht oder ein gewisses Erfahrungshorizont. Und jetzt möchte ich dafür gefeiert in Ruhe gelassen werden. Und für mich sind alle sozialen Probleme, die wir in Deutschland haben, an der Linie und übrigens auch in Amerika. Also Trumps sind für mich die, die denken, dass sie alles wissen und können und die dazulernen wollen, sind die, die sagen, okay, die neue Welt ist anders, wir müssen Dinge ausprobieren. Und in Deutschland sind wir noch nicht so viele, die Dinge gerne ausprobieren. Gut, in Berlin gibt es einige, uns beide vielleicht und noch viele andere. Aber es ist immer noch ein Problem, weil wir die gesellschaftliche Verzielung noch nicht geschafft haben in Richtung, dass es okay und gut ist, Deutsch eben auch mal zu scheitern zu lernen. Und da sehe ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ich bin ja nur Journalistin gewesen, ich bin es aus vielen Gründen nicht mehr. Ich habe investigativ gearbeitet und irgendwann war das dann nicht mehr bezahlt und nichts mehr wert. Es liegt auch ein bisschen an unserer medialen Darstellung, weil wir eben es auch immer gut finden, wenn alles gesichert ist. Und es ist auch wichtig, dass wir ein festes Einkommen haben und Geld und Prestige haben. Und viele von diesen Menschen, mit denen wir zu tun haben, die sagen, ich brauche nur genug Geld, um einen vernünftigen Lebensstandard zu haben im Sinne von, dass ich zurechtkomme. Das ist gar kein Wert mehr, dass ich jetzt sehr reich sein muss, um eine hohe Reputation zu haben oder viel besitzen muss, um besonders gut in der Nachbarschaft angesehen zu werden. Auch da ist ein Umdenken. Ich meine, in Wahrheit ist es ja so, wir wollen ja gar nicht wirklich Amerika sein, oder? Wir wollen keinen Präsidenten Trump haben, wir wollen, dass alle Leute eine Gesundheitsversicherung haben. Wir wollen auch den Umweltfrevel nicht, also die ganzen so mal Extreme, die es in dem Land gibt, die wollen wir eigentlich nicht haben. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist ja, kann man das eine ohne das andere haben? Kann man diese Freiheitskultur haben, ohne aber diese doch sehr abstoßenden gesellschaftlichen Umstände? Bewegen wir diese Frage im Herzen oder wollt ihr die schon beantworten? Wir nehmen gerne noch einen mit. Hier vorne ist übrigens auch jemand. Ja, ich komme auch gleich. Wunderbar. Ja, mein Name ist Angelika Hort und es geht jetzt hier um die Zukunft der Arbeit und ich denke oder ich frage mich immer, ob wir als Gesellschaft auch an alle Gruppen gleichermaßen denken. Und zwar, wir sprechen hier über die White-Collar-Workers sozusagen, die große Schwierigkeiten haben, sich also mit den neuen Technologien also zurechtzufinden oder darin zurechtzufinden. Ich denke mir, es gibt eine ganze Menge Arbeit, die wird nur von der Gesellschaft nicht so akzeptiert. Und zwar so denke ich an die Handwerker. Ich warte schon seit drei Monaten auf einen Klempner und es wird mir immer wieder gesagt, also sie haben nicht genügend Leute. Ich bin Lehrerin gewesen und alle Eltern achten darauf, dass ihre Kinder also Abitur machen und in diese White-Collar-Worker-Jobs hineinkommen. Aber keiner denkt daran, dass also auch im Handwerk also ein großes Potenzial vorhanden ist und wir als Gesellschaft schauen ein wenig herab. Er ist Klempner, er ist Schuster oder Maler oder so weiter. Und da denke ich mir, haben wir auch eine gewisse Verantwortung. Wie denken Sie dazu? Ich glaube, dem können wir alle einfach zustimmen, oder? Absolut. Ich bin Karin Blasius. Ich habe zwei Sachen. Einmal denke ich, Deutschland muss nicht unbedingt so werden, dass wir jetzt die perfekten Innovatoren sind. Weil ich glaube, wir sind vielleicht im Schnitt ein bisschen mehr ingenieurmäßiger. Das heißt, wenn Erfindungen da sind, setzen wir sie vielleicht besser um und können dadurch auch sehr viel erreichen. Und Patente machen wir auch unheimlich viele. Also, man kann auch anders sagen, man kann ein bisschen vorsichtiger sein, man muss nicht vorne an der Welle mitschwimmen, sondern wenn was gut ist, dann setzt man das vernünftig um. Und das ist auch eine Möglichkeit zu wirtschaften. Also, man muss das nicht alles jetzt mitmachen. Wobei ich denke, es gibt auch genügend Leute, die gerne innovativ sind und was Neues ausprobieren und die soll man auch lassen. So, das ist das eine. Und das andere finde ich, es gibt wirklich eine ganze Menge Leute, die sehr prekär arbeiten oder die in Zeitarbeitsfirmen arbeiten oder die sich selbst verkaufen müssen und nicht immer. Oder auch in Jobs arbeiten, wo sie wissen, dass das wegrationalisiert wird. Und ich wünsche mir ja wirklich, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, weil das einfach diese Angst so ein bisschen wegnimmt. Jeder Mensch kriegt, sagen wir mal 1000 Euro. Das wird umgelegt über die Steuern. Und das ist auch nicht so, dass Bedürftige das kriegen, sondern jeder. Und dann hat man ein bisschen mehr Freiraum. Wenn man weiß, man ist in einer schwierigen Situation, dann hat man nicht diese Angst, diese grundlegende Angst so, sondern kann gezielter entscheiden, ob man sich weiterbildet und was man dann noch machen kann. Das wäre mir unheimlich wichtig. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt. Lassen wir gleich über das Grundeinkommen reden. Ich will vorher noch mal zu der ersten Bemerkung. Die Frage, die dahinter steht, ist der folgende. Wir haben einen Ansatz als Deutschland, der hat uns jetzt zuletzt ganz, also sowohl im Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg als auch heute, als auch schon während der Gründerzeit im vorvergangenen Jahrhundert ganz gut getan. Also hat uns Erfolg gebracht. Stark Ingenieur getragen und in der Tat nicht immer die Ersten seien, aber dafür die, die das am weitesten vorantreiben. Und die Frage ist ja, ist heute, was häufig behauptet wird, ist alles anders in dieser industriellen Revolution? Oder können wir mit diesem Modell und mit diesen Stärken weiterhin reüssieren? Es ist unsere DNA. Ich finde, da sollten wir auch bei bleiben. Wir sind nun mal ein bisschen gründlicher und gucken genauer hin, ein bisschen risikoscheuer. Schadet ja nicht. Schade finde ich nur, wenn wir uns ganz verweigern. Schadet an manchen Stellen schon. Entschuldigung. Willst du nicht entschuldigen, wenn ihr endlich mal… Ja, endlich geht's ab. Jetzt, the fight is on. Ingenieurskultur, schön und gut. Jetzt haben wir gerade die E-Mobilität. Ob sie gut ist oder nicht, haben wir verschlafen. Die scheint ja gerade Trend zu sein. Es gibt bei mir in der Region so ein paar Haushaltsgerätehersteller, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt sind. Wenn eine Waschmaschine rauskommt, dann braucht diese Waschmaschine sieben Jahre von der Idee, ich habe eine gute Idee für eine neue Waschmaschine, bis zu ich bin auf dem Markt. Jetzt gibt's aber Kulturen und Länder, die nicht so ingenieursgetrieben sind wie wir, die wir wollen keinen Fehler machen, die sagen, ey, meine Waschmaschine kommt nächstes Jahr raus. Das Problem bei Waschmaschinen oder bei anderen Geräten, so wie VW jetzt 36 Milliarden in ihre neue Modellpalette der E-Autos stecken wird, darum geht's ja gar nicht. Der Kunde will jetzt das, was jetzt gerade cool ist, will der nächstes Jahr spätestens in der Hand haben. Das heißt, wenn dann der Haushaltsgerätehersteller sechs Jahre länger braucht, dann ist das halt leider sechs Jahre zu spät. Und da ist die Gefahr. Deswegen glaube ich, wir können damit nicht mit unseren alten Tugenden langfristig Erfolg sichern. Wir müssen verdammt nochmal damit brechen und viel schneller Dinge ausprobieren, damit der Haushaltsgerätehersteller aus meiner Region vielleicht zukünftig noch Waschmaschinen verkaufen kann. Weil ich glaube, Samsung-Waschmaschinen können auch waschen. Die können auch ziemlich cool waschen, weil die sprechen jetzt mit meinem Handy und nächstes Jahr vielleicht mit meinem Auto. Für mich ist Ingenieurskunst aber kein Ida-Spruch zu schnell. Ja, aber wir leben ja in einer... Ja, das stimmt. Natürlich. Ich bin ein großer Miele-Fan. Aber in so einer Wegwerfgesellschaft wie heute, die Samsung kostet halt ein Zehntel, dann kaufen wir halt zehn in der Zeit. Ist ja das Mindset von vielen. Ist nicht mein Mindset, aber das ist das Mindset von vielen. Also ich glaube jedenfalls, dass das eine entscheidende Frage ist, die auch noch nicht beantwortet ist. Wie weit wir uns ändern müssen, weil wir es mit einer fundamental anderen Welt zu tun haben. Ich glaube, wir haben jetzt gerade übrigens drei Dinge gehört, die alle am Ende sich um Werte und Ethik drehen. Genau. Und da kommt das McGregor-Modell, ob Menschen als schlecht wahrgenommen werden oder als gut. Und ich glaube, wenn man nämlich den Handwerker, weil man jetzt nicht sagt, Handwerker sind schlecht, weil der ist dumm, das ist halt total eklatant falsch. Und das haben Sie auch angesprochen. Ich glaube, wir müssen uns darüber mal unterhalten, wie auch im Aufwachsen in Schule und Gesellschaft Menschen vielleicht einer Bewertung, Opfer einer Bewertung werden. Haben auch die Medien eine Menge mit zu tun. Ich meine nicht die Zeit, aber es gibt ja auch in Hamburg andere Zeitungen, die ein bisschen anders Berichterstattung machen. Und immer, irgendwer ist dann schuld, gerne Migranten, gerne irgendwer. Auf jeden Fall wird immer irgendwas geschürt. Und ich glaube, wenn man da mal anfangen würde und ein bisschen mehr wertschätzend und offen in die Welt gehen würde, und wenn wir das als Gesellschaft könnten, dann hätten Handwerker auch keinen schlechten Stand. Bei manchen, also bei mir sowieso nicht, aber dann wäre schon viel geholfen. Und dann könnte man auch nicht Amerika werden zwangsläufig, nur weil man irgendwie schneller oder cooler werden möchte oder erfolgreicher werden möchte. Das gilt natürlich auch zwischen Stadt und Landbevölkerung und anderen Dingen. Sie hatten noch eine zweite Frage. Ich wollte das jetzt einmal kurz eruieren mit Ihnen. Und zwar, sorry, aber einen Moment brauche ich noch. Und zwar würde ich gerne, weil es wurde jetzt wieder angesprochen, ich würde gerne einfach mal wissen, wer hier im Saal von Ihnen ein Grundeinkommen haben möchte. Können Sie mal die Hand heben? Bedingungsloses Grundeinkommen. Machen wir mal die Gegenprobe, wer will das nicht? Ja, so 50-50, mal abgesehen von all denen, die sich nicht entschieden haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch unter der Gesamtzeitleserschaft im Moment so die Lage. Für viele Leute hat es etwas Faszinierendes und viele fürchten es aber auch, weil es dafür sorgen könnte, dass es nicht mehr genug Anreize gibt, Arbeit und Sie kennen das alles zu machen. So, die nächste Frage. Hier hinten bitte. Ja, mein Name ist Hans-Georg Konradi. Ich habe bis Mitte 2017 30 Jahre lang verschiedene Firmen im Bereich Produktionstechnik geleitet. Ich komme aus diesem eingeschränkten Digitalisierungsbereich Industrie 4.0. Das Wort dürfen Sie teilweise heute gar nicht mehr sagen, dann fliegen Sie schon raus, weil es keiner mehr hören kann. Seit Mitte 2017 leiste ich mir jetzt den Luxus, mich damit zu befassen, warum, Frau Flickst, noch mal stapeln sich die neuen innovativen Technologien und werden nicht umgesetzt. Und ich spreche viel auch mit mittelständischen Unternehmen im Bereich Werkzeugmaschinen beim Schienenbau. Und ich glaube, und da gehe ich auch auf die Frage eben ein, warum sind wir in Deutschland nicht so experimentierfreudig? Ich sehe es nun mal aus der Brille eines Geschäftsführers oder Geschäftsbereichsleiters, der ich nun auch ähnliche Jahre war, mit allen Untiefen des Altersgeschäfts, die wir heute haben. Das Unternehmen können Sie aufbauen, wie Sie wollen. Am Ende des Tages haben Sie irgendwo Investoren sitzen. Die interessiert irgendwann die Zahl da unten runter. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Frage, Sie haben ein Problem und Sie wissen, da gibt es einen Expertenkreis. Und Expertenkreise gibt es ja nun zuhauf, von der Politik initiiert und so weiter, was Digitalisierung angeht und so weiter, Plattformindustrie 4.0 und so weiter. Und Sie gehen zu den Leuten, da sitzen ein paar Leute und Sie machen den Mund auf und wollen die erste Frage stellen und bevor Sie überhaupt anfangen können, haben Sie schon 25 Antworten gekriegt. So, dann überlegen Sie sich, wie könnte denn jetzt meine Frage ausgesehen haben, die zu diesen Antworten passt. Und das lassen Sie dann auch irgendwann bleiben, weil Sie sagen, das ist nichts für mich. Gehen Sie, das sind die Antworten, die ich kriege auch, gehen Sie mal lieber zu einem großen Unternehmen, da das ist, die sind richtig gut für Digitalisierung, für uns kleine Unternehmen ist das nichts. Meiner Meinung nach ist das große Problem, wir geben zu viele Antworten, die alle Spezialisten in dem Bereich, meistens auch noch aus der technischen Seite heraus, die demografische wird flüsslich mal total vergessen dabei. Aber wir geben viele Antworten, gehen Sie auf Messen, gucken Sie in Fachzeitschriften. Sie kriegen nur noch Lösungen vorgesetzt und kaum einer hat mal gefragt, wer will denn sowas überhaupt haben? Denn es müssen nicht alle digitalisieren. Prozesse müssen weitest geändert werden, Organisationsstrukturen müssen weitestgehend geändert werden. Das hat aber nichts mit Digitalisierung zu tun. Also, ich weiß nicht, wie Ihre Meinung ist, ich glaube einfach, ich sehe es in Deutschland in erster Linie, wir müssen mal aufhören, zuhauf Antworten zu geben auf Fragen, die keiner gestellt hat. Und mal lieber unseren eigenen Mund brauchen, um Fragen zu stellen und die Ohren brauchen, um zuzuhören und sich dann Gedanken zu machen und dann auf die Leute individuell zuzugehen und ihnen zu sagen, so, jetzt sind wir bei den Lösungen und nicht mit den Lösungen anzufangen. Ich muss sagen, ich hatte Schwierigkeiten, die Frage zu verstehen. Was vielleicht nur, also ich habe das Thema verstanden, aber Sie wünschen sich mehr Offenheit, die jedes Problem individuell sieht. Ja, das Problem ist einfach, das war der Einwand, warum wird weniger experimentiert. Ich glaube, diese Leute sind schon offen. Nur wenn ich mein eigenes Problem in den Antworten und in den Möglichkeiten, die mir da angeboten werden, gar nicht finde, aufgrund der großen Wust der Angebote, die mir da aufgetischt werden, dann sage ich irgendwann, also ich lasse es lieber. Ich mache lieber so weiter wie bisher. Problemwasser. Lasse, kannst du da was mit anfangen? Auf jeden Fall. Ich kenne die Realität auch. Ich glaube, es gibt einfach auch tausend Antworten für tausend Probleme. Ich weiß aber ganz, also ich kenne das. Ich sage jetzt, das ist jetzt werblich vielleicht. Wir machen das genau anders. Wir hören erstmal zu, weil jedes Problem total individuell ist. Und wenn man das Glück hat, Experten zu finden, die dazuhören können und dann auch noch nicht irgendwie dann doch das Produkt von der Stange verkaufen, dann hat man natürlich, dann ist es ganz gut. Aber da draußen gibt es jede Menge schwarze Schafe, die halt immer Schema F abspulen und tausend Antworten schon haben und wissen, was der Kunde braucht, obwohl der Kunde gerade was ganz anderes erzählt hat. Also ich stimme Ihnen völlig zu, dass das glaube ich ganz oft ein großes Problem ist. Besonders im Mittelstand. Mein Name ist Klaus Tormehlen. Ich beschäftige mich mit meinem mittelständischen Unternehmen mit dem Verschweißen von Schienen. Also ich habe hauptsächlich Schweißer im Geschäft. Und ich muss sagen, diese Schweißer müssen zum Teil nachts raus, am Wochenende raus. Und die brauchen ungefähr, müssen mindestens 20 Stunden arbeiten, um eine Stunde Rechtsanwalt bezahlen zu können. Hier passt das nicht zusammen. Und ich merke in den letzten zwei, drei Jahren, dass das auch nicht mehr so funktioniert. Ich bekomme keine Schweißer mehr. Ich kaufe mir Schweißer aus Kroatien ein und was weiß ich, wo ich sie alle herkriege, aber nicht mehr aus Deutschland. Die Löhne sind in den letzten drei Jahren um 70 Prozent angestiegen und das merken wir im gesamten Handwerkerbereich. Die Handwerkerleistung wird teurer, was ja auch richtig ist im Verhältnis zu vielen intellektuellen Berufen. Und insofern habe ich gar keine Angst um diese Mitarbeiter. Die brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Maschinen ihnen irgendwas wegnehmen. Sie werden andere Jobs finden. Und auch wenn sie sich eine Arbeitnehmerstruktur angeschafft haben. Sie gehen deshalb nicht in einen anderen Beruf, weil der zu wenig bezahlt wird. Aber auch das wird sich ändern. Pflegeberufe und so weiter. Also ich denke, die Politik muss diese gesellschaftliche Veränderung einleiten. Und dann wird der Markt das auch mitrichten. Danke sehr. Also verschieben sich per Markt, das ist ja die Idee, die Wertigkeiten der Arbeit so, dass die Leute wieder an die richtigen Plätze kommen. Und eben auch das Handwerk noch wieder an Attraktivität gewinnt. Ist das so? Also für mich ist die Digitalisierung nur der Vorwand dafür, nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen. Und ich bin auch bei Ihnen. Es geht gar nicht darum, alles zu digitalisieren, sondern bevor man das tut, erstmal zu gucken, was taugt dafür und was nicht. Ich bin da hundertprozentig Ihrer Meinung. Und in dem Moment, wo ich die Digitalisierung nutze, um mir Prozesse und Unternehmensführung anzusehen und feststelle, die Gehältergefüge stimmen nicht mehr. Die soziale Ungleichheit ist zu groß. Dann könnte man die Digitalisierung nutzen, um auch da was zu machen. Es gibt ja jetzt ganz viele Ideen zu New Pay, also neue Bezahlmodelle. Und da wird auch genau das alles berücksichtigt, dass man eben nicht mehr nach Status geht oder nach Ausbildung, sondern dass man vielleicht nach Output geht oder wie viele Menschen beteiligt sind oder wie gut man in der Lage ist, mit vielen, vielen anderen Menschen, die unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten haben, zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Erfolgsparameter könnten möglicherweise anders gedacht werden. Und da gibt es sehr, sehr viele Ideen und Modelle zu. Und deshalb, für mich ist die Digitalisierung etwas Positives, weil sie uns zwingt, uns mit unserem jetzigen Arbeitsleben auseinanderzusetzen. Und dass das natürlich irritierend ist und Menschen stört, kann ich verstehen, weil mir geht das auch so, dass man Angst hat, normal. Aber sich von dieser Angst hemmen zu lassen, finde ich schade. Und da sind wir Einzelne gefragt, jeder für sich, die Politik, aber auch wir als Gesellschaft. Wo geht es jetzt hin, das Mikro? Sie haben jetzt eine wahnsinnige Verantwortung. Also ich will sie dann nicht unter Druck setzen. Aber es ist die letzte Frage. Ja, also mein Name ist Lars Kummer. Ich arbeite hier bei Hapag Lloyd. Und wir sprechen jetzt die ganze Zeit... Als was, wenn ich fragen darf? Ich bin in der IT. Ich bin seit 20 Jahren hier. In der IT bemerkt man Veränderungen ja noch sehr viel deutlicher, als wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Ladungspapier oder sowas schreibe. Das bleibt im Vergleich hier relativ konstant. Aber wir sprechen ja die ganze Zeit hier von Veränderungen, wie man darauf reagiert und die Angst, die man hat, wenn man diesen Veränderungen nicht folgen kann. Und ich erlebe ja eigentlich immer mit oder jetzt nicht nur hier in unserer Firma, aber auch in anderen Firmen ja, dass man bei Veränderungen sich immer auf Experten, Berater stützt, die einem dann einen guten Tipp geben und sagen, also ihr müsst das jetzt heute so und so machen. Und damit eigentlich letztendlich die Leute disqualifizieren, die vielleicht 10, 20 Jahre schon in dem Job sind, mal einen Beruf gelernt haben, studiert haben, aber dieses neue Wissen eigentlich ja noch gar nicht haben. Und es wird eigentlich nie gesagt, also pass mal auf, wir nehmen diese Veränderungen, die ja tagtäglich zu spüren sind, die geben wir an unsere Mitarbeiter mal weiter oder fragen unsere eigenen Mitarbeiter mal. Also es gibt ja immer so dieses Modell, ich suche mir einen Experten, frage, wie es geht und das wird so umgesetzt. Ich frage ja in den seltensten Fällen mal die Leute selber, die eigentlich die Fachleute ja sind, sage ich jetzt mal, an der Arbeit. Und ich weiß, hier arbeiten so viele Leute mit den unterschiedlichsten Qualifikationen und Ausbildungen. Ich kenne das mal von früher, ich war früher bei Dow Chemical, da gab es so Qualitätszirkel, wo gesagt wurde, wir haben ein Problem. Und da wurden aus allen Ecken Leute zusammengesammelt, die einfach Lust und auch Ahnung von dem Thema hatten und die relativ schnell zur Lösung gekommen sind und sich auch gegenseitig befruchtet haben, sich gegenseitig auch Wissen vermittelt haben. Ich finde, das fehlt heute. Man ist so ein bisschen, du hast das gelernt, du hast den Zettel, aber das, was jetzt, was 10 Jahre jetzt jünger ist, sage ich mal, das kannst du nicht. Also suchen wir einen neuen, wie bei SAP, ich schmeiße 15.000 Leute rein, versuche 15.000 neu wieder reinzukriegen. Wenn ich jetzt auch über die Zeit schon mal gesagt hätte, ich frage mal meine eigenen Leute und versuche die auch immer mitzunehmen, dass sie ihre eigene Arbeit auch, sage ich mal, mitgestalten können und auch ein Stück weit sich weiterentwickeln, dann hätte man das ganze Problem nicht. Und noch einmal zu dem Grundeinkommen. Ich habe neulich mal gesagt, wenn jemand das Geld geben würde, was ich hier verdiene, ohne dass ich irgendwas machen würde, würde ich wiederkommen oder würde ich nicht wiederkommen? Natürlich, ich komme nicht wieder, wenn ich das jetzt so kriegen würde, wäre das ja nicht so schlimm. Aber die Frage muss doch sein, was müsste denn die Arbeit mir geben, damit ich nächsten Tag wiederkomme? Also das ist ja das, was ich, ich kann mich mit einbringen, ich kann meine Ideen verwirklichen, ich kann mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Dieser soziale Touch, das braucht man ja irgendwo alles. Also das wollte ich nur mal sagen, also das wird immer viel von oben einfach runterdiktiert und auch viel einfach vorgegeben. Aber es werden eigentlich die eigenen Leute ganz selten gefragt. Genau das, was Sie gesagt haben, ist ja gewohnt. Ja, wenn das, mal abgesehen davon, also der Fluch des Beraters sozusagen in der Sprache, darüber reden wir zwar jetzt nicht, aber hier ist ja doch, hier kommt ja ein Verdacht zum Ausdruck oder auch eine Erfahrung, dass wir nämlich auf dem Weg in diese wunderbare neue Welt, in der der Einzelne empowert wird, ermächtigt wird, genau diese Leute, die ermächtigt werden sollen, vergessen. Kommt das häufig vor? Aus meiner Sicht ist es genau anders. Alles, was Sie geschildert haben, steht ja für New Work. Also jemand, der New Work einführt, ist Gegenberater. Also ich sage immer Beyond Consulting, es geht eben genau darum, dass ein Experte nicht reinkommt und sagt, mach das und das, sondern so ein externer Begleiter sollte aus meiner Sicht diese Menschen, wie Sie orchestrieren und so zusammenbringen, damit diese Lösungen gefunden werden, bis das wieder eigene Prozesse sind. Und im New Work, da wo ich bin, haben wir auch diese Gruppen, die sind jetzt meistens auf Facebook oder anderen Social Media, wo wir, wenn wir eine Frage haben, sag mal, habt ihr eine Idee, ich komme ja nicht weiter, kann mir einer helfen? Und dann habe ich binnen 10 Minuten 15 Antworten und die kann ich mir dann alle durchlesen und überlegen, was passt in mein Problem. Und dieses sogenannte Working Out Loud, das ist eine andere Methode, wie man mit anderen Menschen im eigenen Unternehmen und woanders zusammenarbeitet, neue Technologien ausprobiert, neue Methoden, Arbeitsweisen. Und deshalb bin ich eben auch so eine Verfechterin für das New Work, weil genau das, was Sie schildern, diese Kultur passt nicht in die neue Zeit. Und wenn wir wollen, dass wir in der neuen Zeit zurechtkommen, müssen Sie die Möglichkeit und die Freiheit haben und sogar vielleicht die Pflicht, selber Lösungen zu finden. Das sind sogenannte Hackathons, also Hack heißt ja mal Lösungen finden und dann finden Menschen, die sich gar nicht kennen, in 48 Stunden eine Lösung für irgendein Problem, was ein Unternehmen hat, das ist ein Format. Und da gibt es viele, viele andere Sachen, die man heute machen kann und die auch in Unternehmen gemacht werden und die Siemens machen und die Bosch machen und deshalb bin ich ja so ein Verfechter für dieses New Work. Lasse, der Kernsatz ist ja hier, hättet ihr uns doch mal gefragt. Ihr hättet das alles viel, viel besser und billiger haben können und uns auch noch glücklich machen können. Du hast es ja gemacht, du hast gefragt. Warum ist es anscheinend in größeren Organisationen so schwer? Ich glaube, das hat ganz viel wieder mit Angst zu tun, weil wenn man einen externen Top-Berater kauft, genauso wie man zu den Großen geht für Digitalisierungslösungen, dann hat man erstmal nichts falsch gemacht. Dann kann keiner später sagen, wie konntest du denn mit den Mitarbeitern da vorne reden? Die haben doch gar keine Ahnung, die machen doch jeden Tag hier am Fließband den hier. Deswegen, das Angstthema spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Und mir war durchaus bewusst, dass ich ziemlich angstbefreiter agiert habe. Also ich habe auch extrem wenig Angst, ich weiß gar nicht warum. Ich habe irgendwann aufgehört, mich dazu zu sorgen, ob das doof ist oder nicht. Wundert mich manchmal auch, aber ich glaube, das Beschriebene ist ein Angstthema. Und auch ein Menschenbildthema. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Leute, die jetzt bei mir im Team sind, die wollen das bei mir machen. Die haben da Lust zu und die haben auch eine Menge Kompetenzen. Deswegen kommen Praktikanten, sind auch sehr irritiert, wenn ich denen wirklich Aufgaben gebe, wo die auch mit Kunden interagieren müssen oder mit Menschen in dem Namen von unserem Unternehmen. Weil die denken, ich bin erst 20, ich weiß doch noch nichts. Ich denke, du bist aber schon ziemlich cool, mach das mal. Viele Grenzen müssen wir in unserem Denken noch einreißen. Und viele Befürchtungen überwinden anscheinend, damit sich diese Praxis ausbreiten kann. Und zwar über die Milchschaum-Elite hinaus. Und das ist natürlich kein in dem Sinne befriedigendes Ergebnis. Das kann es auch nicht sein, meine Damen und Herren, sondern hier ist der Weg das Ziel. Hier ist der Diskurs das Ziel. Und wir hoffen einfach, dass Sie auf dem Wege schon mal eine Reihe von Anregungen, neuen Gedanken und vielleicht auch Wegweisungen mitgenommen haben. Ich habe jedenfalls viel gelernt. Es gibt jetzt noch einen kleinen Umtrunk draußen. Da können wir weiterlernen voneinander. Und bis hierhin jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und Zuhören. Dankeschön. 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 Dankeschön.